Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu den Recaps zur Serie The Penguin hier beim Tele-Stammtisch. Eure Podcast für viele Sachen, auch unter anderem Recaps. Wir haben in den letzten Wochen richtig viele Recap-Projekte hier am Start gehabt. Es ging um The Boys, es ging natürlich um House of the Dragon. Wir haben eigentlich auch ganz viel schon gemacht. Westworld haben wir schon gemacht, also generell HBO-Inhalte. Natürlich auch die erste Staffel Rings of Power und kleiner Spoiler, freut euch auf die zweite Staffel von Rings of Power. Auch die bereiten wir gerade vor, die Recaps. Da haben wir auch vorab jede Menge geiles Zeug bekommen. Den Precast habt ihr bereits auf die Ohren bekommen und nun ist es endlich soweit. Und eine ausgewählte Recap-Trinity hat sich gefunden, um über The Penguin zu sprechen. Einer Serie, über die ich wirklich reden wollte. Hallo, ich bin der Andi. Ihr habt meinen Namen und mein Gesicht und meine Stimme vor allem schon mal irgendwo gehört, wenn ihr Tele-Stammtisch hört. Und ich habe mir gedacht, ich will den Laden nicht nur leiten, ich will die Recaps hier nicht nur schmeißen. Ich brauche vor allem auch erlesenes Fachpublikum und vor allem auch Fachgäste, die Bock haben, mit mir über The Penguin zu sprechen. Und deswegen gab es da so den ein oder anderen Namen, den ich unbedingt dabei haben wollte. Und tatsächlich haben die beiden Personen, an die ich zuerst gedacht habe, weil ich mit ihnen als Hörer da sehr, also schon super gute Erfahrungen gemacht habe, was vor allem DC-Inhalte und Comic-Inhalte angeht, dachte ich mir, schreibe ich sie mal an. Und angeschrieben habe ich unter anderem den Comic-Schaffenden, Comic-Autor generell, Voll-Nerd, Voll-Voll-Voll-Nerd, den liebevollen Familienvater und natürlich einfach auch die geile Sau, Heiko Hörnig. Moinsen. Hallo, hallo, ich bin Heiko Hörnig, geile Sau, wie eben schon gesagt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, genau, ich bin Comic-Autor, Drehbuch-Autor, Hörspiel-Autor und vor allem bin ich, glaube ich, in einem Comic-Laden groß geworden. Das stimmt tatsächlich. Von daher bin ich sehr, sehr scharf darauf, über The Penguin hier in der Eisberg-Lounge mit dir zu sprechen, Andi. Ja, ich auch erst. Also ich habe wirklich mega Bock, weil ich glaube, ich habe vor, die Recap-Dinger, die laufen im Telegram-Tisch nämlich verhältnismäßig gut. Die haben teilweise ein vielfaches der Aufrufzahlen von den eher kleineren und mittleren Filmen. Und ich sehe, da gibt es ein Publikum, das hat Bock, sich mit den Serien auseinanderzusetzen. Und gerade wenn Serien wie hier wöchentlich erscheinen, dann bietet sich das eben auch an. Und wir haben vorab, ich glaube, die ersten fünf Folgen der kompletten ersten Staffel bekommen. Keine Ahnung, ob es da jetzt einen Abschluss geben wird. Und vielleicht noch, liebes Publikum, da zwei Hinweise. Wir produzieren das ganz super duper vorbildlich. Das heißt, wir gucken eine Folge und recappen sie und dann gucken wir die nächste Folge und dann recappen wir die auch. Und wir spoilern uns nicht selbst und tun dann am Ende einer Besprechung so, als würden wir drüber nachdenken oder uns überlegen müssen, wie es weitergeht, weil wir es wirklich eben auch nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Das ist also total toll. Und wir spoilern natürlich volles Ohr. Das ist klar, es ist ein Recap-Format bis ins kleinste Detail. Und da gibt es eine Sache, die muss ich euch auch spoilern. Ich habe nämlich von der DC Trinity gesprochen. Und ja, wie ihr schon hört, irgendwie sind wir heute gar nicht zu dritt. Verrückt ist trotzdem so. Denn jemand, den ich ebenfalls mit an Bord haben wollte, hat es aus einem sehr plausiblen Grund nicht geschafft. Denn er ist gerade quasi im Paradies und macht Urlaub. Und da ist die Audioqualität leider sehr schlecht. Das ist die Kurzfassung, warum heute der ebenfalls Vollnerd, den ihr auch bei verschiedenen Podcast-Projekten schon hören konntet, unter anderem ist er immer mal zu Gast, auch beim Telestaptisch, wenn es um Sonic geht. Er ist nämlich auch ein riesen Sonic-Nerd. Natürlich auch, wenn es um One Piece geht. Da hat er auch bei uns die Besprechung gemacht mit seiner Freundin. Und er ist natürlich auch immer mal am Start, wenn es darum geht, über DC zu sprechen, bei den Kolleginnen, Quatsch, Kolleginnen, Kollegen von Paperback, dem Comic-Podcast, die auch ganz viel Comic-Kram mit Superhelden-Einschlag machen. Und auch da ist er regelmäßig toller Gast und hat tolle Beiträge. Und dachte ich mir, ich schreibe ihn mal an. Ich freue mich, dass er zugesagt hat. Und deswegen, jetzt, weil er halt nicht da ist, einfach auch nichts sagen kann, liebe Grüße an Maurice Allain, der heute, wie gesagt, einfach irgendwo im Paradies Urlaub machen muss. Und deswegen jetzt hier bei der ersten Ausgabe, beim ersten Recap nicht dabei sein kann. Liebe Grüße an die Sonne, Maurice. Ja, ganz liebe Grüße. Wir sind überhaupt nicht neidisch. Und wir verbringen gerne unsere Zeit im regnerischen, abgefuckten Gotham City, während du dich in der Sonne regelst. Sag mal, kennst du den, Maurice, eigentlich? Hast du den schon mal kennengelernt? Oder bei irgendeinem Projekt mit dem was gemacht? Ja, ich habe ihn schon mal kennengelernt. Vor vielen, vielen Jahren haben wir uns getroffen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir uns tatsächlich live gesehen haben. Aber wir sind uns, seitdem, seit wir uns getroffen haben und, glaube ich, den gesamten Abend nur über DC-Zeug abgenerdet haben, sind wir irgendwie so Brüder im Geiste gewesen. Und ich habe ihn ganz lieb. Ich sehe ihn fast nie. Und wir sprechen so, wir telefonieren so einmal im Jahr, habe ich das Gefühl. Oder zweimal im Jahr. Von daher habe ich mich total gefreut, als du vorgeschlagen hast, dass wir hier im Endeffekt zu dritt telefonieren und ich ihn auch mal wieder zu hören bekomme. Absolut. Und er ist ja wirklich ein voll Nerd. Also ich habe tatsächlich immer nur so vereinzelt auch mit ihm geschrieben. Ich selbst mache ja gar nicht mehr so viele Casts hier bei uns, beim Tele-Stammtisch, wenn es um Film und Serien geht. Nur auf Dinge, auf die ich richtig Bock habe, wie, keine Ahnung, das Power Ranger Netflix-Special oder so. Aber eben auch The Penguin, weil es halt ein DC-Ding ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade mit euch beiden Jungs habe ich so richtig, ja, auch so wirklich durch und durch Comic-Nerds am Start. Nicht nur eben, weil da auch der kreative Anteil drin ist, sondern eben auch. Und das hattest du schon erzählt, ihr beide vollends durch und durch sozialisiert seid mit Comics. Von früh auf gelesen habt. Für den Maurice kann ich zum Beispiel sagen, ich war noch nie bei ihm zu Hause oder ich weiß aber, dass im Privathaushalt bei ihm diverse Geräte, zum Beispiel auch Küchengeräte, mit Batman-Aufdruck vorhanden sind. Und da muss er dann selber mal ein bisschen erzählen. Also, sag mal so, wenn es irgendwas gibt, wo man ein DC-Logo draufdrucken kann, dann hat er es wahrscheinlich zu Hause. Und also, das ist schon durchgedrungen in den Alltag. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Ist das jetzt hier Quatsch, was ich erzähle? Du hast erzählt, du bist im Comic-Laden aufgewachsen. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen erläutern. Ja, na klar. Also, meine Eltern hatten früher tatsächlich einen Comic-Laden in Mannheim. Und den hatten sie auch über 25 Jahre lang. Und ich bin tatsächlich in diesem Laden aufgewachsen. Das heißt, also, Comics gehörten bei uns tatsächlich immer schon dazu. Ich konnte alles lesen, was ich wollte als Kind. Ich habe den Traum gelebt. Ich weiß, es klingt richtig, ja, privileged. Comic-privileged habe ich, muss ich zugeben. Aber nee, und vor allem, dass das Allertollste daran war und für mich wahrscheinlich auch die prägendste Sache war, ich habe Zeichner und Autoren getroffen, die halt mal so Signierstunden gemacht haben. Unter anderem, ich gucke nämlich gerade bei mir an die Wand, George Paris, 1999, hier hängt nämlich ein Batgirl, das er mal gezeichnet hat. Und das war für mich extrem prägend, weil ich dann gemerkt habe, oh, es gibt Menschen, die tatsächlich diese Comics schreiben und zeichnen. Und das ist ja auch so ein Moment als Kind, wenn man versteht, die Sachen, die man liebt, werden von Menschen gemacht. Und ich glaube, das hat mich auch maßgeblich mit beeinflusst, dass ich später total Lust hatte, selber Comics zu schreiben. Das heißt also, du hast dann auch einfach vermutlich deine Nachmittage dort verbracht und konntest dann eben ja einfach auch lesen und vermutlich war das auch... Sachen lesen, die komplett unangebracht waren natürlich für ein Kind. Ja, ja. Ich erinnere mich an, mit großen Schrecken an die neuneinhalb Leben von Garfield. Unfassbar traumatischer Comic. Ach, verstehe. Und kannst gerne auch mal einen Moment Eigenwerbung machen. Deine Eltern haben jetzt aktuell einen Verlag, wo, glaube ich, auch was von euch erscheint, oder? Ja, tatsächlich ist das... Genau, also ich habe mit einem Freund zusammen, dem Marius Pablitzer, acht Jahre an einer Fantasy-Comic-Reihe gearbeitet. A House Divided heißt die. Da kamen vor einigen Jahren auch mal die ersten beiden Bände im Carlsen-Verlag raus. Dann erschienen die Reihe komplett, also alle vier Bücher in Amerika. Und jetzt haben wir tatsächlich einen Kickstarter gemacht, um diese Reihe komplett auf Deutsch zu Ende zu bringen, damit eben die deutschen Leser, die jetzt die letzten Jahre auf das Ende der Reihe gewartet haben, auch mal belohnt werden. Und das haben wir in einem Eigenverlag rausgebracht. Und meine Mutter, die hat einen kleinen Bogenschießverlag, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Die hat uns da unterstützt beim Kickstarter und macht sozusagen das Fulfillment. Und das ist also im Endeffekt Eigenverlag, aber mit der Hilfe von Mama. Und ihr könnt das auch gerne bei ihr bestellen. Aber das wüsste ich nicht genau, ob dann das plötzlich dort im Verlag erschienen ist, einfach so aus ISBN-Gründen und so. Das hatte ich nicht ganz verstanden. Genau, also sie hat uns im Endeffekt die ISBN-Nummer besorgt. Und wir haben dann den Comic aber tatsächlich mit Kickstarter gecrowdfundet. Da kam auch genug rum, dass wir die Auflage drucken konnten, die wir wollten. Und jetzt kann man den theoretisch in jedem Comicladen, in jedem Buchhandel bestellen. Das ist eine tolle Gesamtausgabe in Hardcovern, zwei Hardcover und ja, was erzähle ich. Googelt einfach mal nach House Divided, die komplette Saga. Und wenn es euch gefällt, guckt doch mal rein. Absolut. Und auch da der Hinweis, wie immer, kriegt ihr in den Shownotes alle relevanten Links. Es wird natürlich der Trailer sein zu The Penguin, aber natürlich eben auch die Webseiten oder zumindest ausgewählte Social-Media-Links zu den beiden Jungs, sodass ihr da auf jeden Fall mal folgen könnt, was die so machen, wenn die hier eben nicht mit uns rumhängen und über The Penguin quatschen. Und da merkt ihr schon, also es ist schon erst eben von der lesenden Seite auf die Kreativseite gewechselt, was Comics angeht. Ist ja ganz toll. Das heißt, er kann vor allem auch, wenn er als Autor tätig ist, hier so ein bisschen auch diese ganze Geschichte, die Bewertung einer Geschichte, der Story vornehmen. Er kann was zu den Dialogen sagen. Und ich glaube deswegen, dass du wirklich ein absoluter Gewinn bist hier für die Recaps. Ich freue mich sehr drauf, lieber Heiko. Ah, danke schön. Ich freue mich auch. Ja, meine Comicgeschichte ist ja sehr unspektakulär. Ich habe nämlich unfassbar spät angefangen mit Comics. Natürlich habe ich als Kind sowas geguckt wie die Batman Animated Series. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin ja ein Kind des Ostens. Mein Vater hat auch die Mosaik-Comics gehabt. Und auch die hatte ich mal in der Hand. Aber es wäre zu viel zu sagen, dass ich da irgendwas großartig mit anfangen konnte. Den 90ern habe ich mir natürlich, ich habe die Power Rangers schon erwähnt, einmal die Woche von der Tankstelle um die Ecke des Power Ranger Magazin mit Comics geholt. Aber auch das würde ich nicht als Comic-Einstieg bezeichnen. Der war sehr viel später erst, erst 2012 oder 2013 war es, als die DC-Comics, die einen Neustart hingelegt haben, die New 52. Und da habe ich wirklich in unangemessen, kurzer Zeit unangemessen viele Comics gelesen und so ziemlich auch alle Klassiker, die es letztlich von DC gibt, innerhalb weniger Jahre gelesen. Sodass ich inzwischen ganze zwei Comic-Podcasts am Start habe und da auch recht breit aufgestellt bin in den Dingen, die ich lese und mag. Was nichts daran ändert, dass Batman auf jeden Fall so in den Top Ten, nennen wir es mal, wenn nicht sogar in den Top Five meiner Lieblingsfiguren, die es so in der Comic-Geschichte, in der Comic-Welt gibt, mit drin ist. Also auf jeden Fall bei den Superhelden steht er auch irgendwie oben ganz vorne mit dabei. Zusammen auch mit dem Hellblazer zum Beispiel oder auch Booster Gold. Das sind so meine drei Favorites, würde ich sagen. Und da hatte ich schon sehr Bock, mich jetzt auch mit dem mal wieder einen Neustart bei den DC-Filmen, bei dem ganzen DC-Universum jetzt sehr intensiv auch mit den Serien zu beschäftigen, die wir hoffentlich von James Gunn im Laufe der nächsten Jahre bekommen werden. Und nun war es soweit, The Penguin startet als Anschluss an den Batman-Film. Ja, der Batman-Film. Über den gibt es hier natürlich auch eine umfangreiche Besprechung beim Tele-Stammtisch, aber ich gehe mal stark davon aus, dass du den auch gesehen hast. Wie ist deine Meinung zum Film? The Batman von Matt Reeves. Ich muss sagen, als damals angekündigt wurde, dass Matt Reeves den neuen Batman macht, habe ich mich extrem gefreut, weil ich seine Planet-der-Affen-Filme so toll fand. Und ich finde, er ist ein unfassbar talentierter, vor allem auch visuell talentierter Regisseur. Hat ganz großartige Ideen für Looks. Und ich war auch von Robert Pattinson's Casting eigentlich ganz angetan. auch wenn er nicht wirklich meine Comic-Vorstellung von Batman trifft. Aber ich fand es eine interessante Idee, eine interessante Wahl. Und dann kam der Film in die Kinos und ich muss sagen, ich war so ein bisschen underwhelmed. Tja, also um es ganz kurz zu machen, für mich ist er da tatsächlich zu nah dran an den Nolan-Filmen, die wir zuvor bekommen haben. Er fühlte sich für mich an, wie der Versuch, diese Grittiness und den Realismus der Nolan-Filme noch düsterer zu machen. Also im Endeffekt Nolan on Steroids. Und ich war kein Riesenfan davon, muss ich sagen. Ich habe ihn mir zwar danach auch auf Blu-ray geholt und auch nochmal geguckt. Klaro, es gibt auch Aspekte, die ich toll finde, aber insgesamt hat er mich nicht so gekriegt. Wie ist denn bei dir? Ich habe auch nochmal, ich habe den genau genommen anderthalb Mal in meinem Leben gesehen. Einmal vor einem, also als er rauskam in der Pressevorführung. Klar, da fand ich den toll. Also ich kann mich an so Momente erinnern, wo ich schon Lachen im Gesicht hatte. Beispielsweise gibt es so eine Szene, wo das Batmobil das erste Mal zum Vorschein kommt und allein der Sound im Kino, das war, da habe ich ein Grinsen im Gesicht gehabt. Es gab so vereinzelte Szenen im Rahmen meiner Comic, Filmcomic Schauerei im Laufe der letzten Jahre, die mir Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Auch wenn ich tendenziell immer mehr mit einem immer kritischeren Blick auf diese Filme schaue. Mit der Grittiness habe ich gar kein Problem. Ich muss auch sagen, ich persönlich finde Dark and Gritty insbesondere für Batman gar nicht schlecht. Da kannst du dann gerne, das wird nämlich die Folgefrage sein, wie du deinen Batman lieber hättest, gerne nochmal mit drüber sprechen. Aber für mich persönlich, ich mochte immer den Detective Aspekt an Batman. Ich mochte immer vor allem diese düsteren Dinge, diese schwere, diese letztlich in ihm wabernde, pulsierende Depressivität, aus der er ganz viel auch an Motivation, weil er diese vielleicht überwinden will und andere Menschen da irgendwie auch irgendwie retten will, was auch immer. Entsteckt ja viel drin in der Figur. Das habe ich immer gesehen, das habe ich immer gemocht und das fand ich immer gut. Ich persönlich stehe halt einfach auch auf düstere Arts, Designs, Stilistiken. Damit kann ich unerfassbar viel anfangen und auch wenn das dann musikalisch untermalt ist, ist es immer alles top. Mich schrecken tatsächlich eher bunte Interpretationen Batmans im Regelfall ab. Ich finde es immer eher, also das ist nicht mein Batman, wie es so schön heißt und deswegen, ja, ich bin auch in gewissen Teilen skeptisch rangegangen an den Matt Reeves Batman. Ich war nicht so angetan, gerade auch, weil ich jetzt zum Beispiel mit seinem Planet der Affen Film und so, das war einfach nicht so mein Ding. Aber ich habe den geguckt, ich fand ihn geil, es war unfassbar viel Schönes dabei. Ich hätte mir, das mag ich immer, mein Lieblings Batman ist einer, der schon so, sagen wir mal, zehn Jahre im Business ist, der schon relativ gereift ist, der auch Technik hat und dann daraus irgendwie sich was Tolles entspinnt. Das finde ich immer persönlich am spannendsten, solche Geschichten zu lesen, solange sie nicht zu absurd sind. Aber jetzt bei dem, bei dem Matt Reeves Film, da bin ich mit dem Lächeln rausgegangen, ich fand es gut. Ich fand, es gab viele interessante Ansätze, den Figuren einen gewissen neuen Spin zu geben. Beispielsweise Selina Keil oder so, das ist schon alles irgendwie, alles ganz putzig. Am Ende geht es ja nach Bluthaven oder wie es ausgesprochen wird, da könnte ich mir schon auf Fortsetzung, Bluthaven, genau, da könnte ich mir schon irgendwie Dinge vorstellen, die ich unbedingt eigentlich jetzt auch noch sehen muss. Aber das ist ja bei Batman-Filmen immer so, also die Fortsetzung ist in meinem Kopf schon lang geschrieben, die kommt nur nie ins Kino. Und kurzum, toller Film und deswegen habe ich mich hier auch drauf gefreut, auf eine Serie, in dessen Zentrum ja Colin Farrell steht, der im Film schon auch vielleicht noch eher hängen bleibt als Falcone, oder? Total, ja, ja. Unter anderem wegen seinem unglaublichen Make-up. Also eine Rolle, in der man Colin Farrell ja nicht erkennt, wenn man es nicht weiß, dass er es ist. Und der hat mir tatsächlich auch noch sehr gut gefallen in The Batman. Von daher fand ich es eigentlich eine coole Idee, dass sie ihm eine Spin-off-Serie geben. Was mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, war dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, kommt der Joker nur in dieser Deleted-Szenen vor? Ja, den sieht man nicht und der ist auch... Und irgendwie so... Ja. Es gibt so eine Deleted-Szene, die Matt Reeves danach geteilt hatte, wo man schon so eine Unterhaltung zwischen Batman und dem Joker hinter Glas sieht. Das heißt, der Joker, man kann ihn nur so erahnen, aber er hat halt irgendwie so ein super zerstörtes Gesicht. Und auch da hatte ich das Gefühl, ja, wir nehmen halt den Heath Ledger-Joker, der halt diese beiden Narben links und rechts von den Mundwinkeln hatte und geben ihm das Gesicht, das aussieht, als ob irgendwie so ein Rottweiler drauf rumgekaut hätte und das Ganze dann nochmal irgendwie so in so einen Farbeimer gefallen ist mit komplett zerstörten Fingernägeln. Einfach nur eklig. Und das ist so, da habe ich schon gedacht, ach, jetzt hoffe ich mal nicht, dass diese Interpretation des Jokers im nächsten The Batman auf uns wartet. Ja, da habe ich so sehr spezifische Vorstellungen, wie ich mir meinen Joker wünsche. Aber insgesamt muss ich sagen, gerade was ich an Batman so liebe, ist eigentlich, wie unfassbar flexibel dieses Konzept ist. Du kannst diesen Adam West 60er Jahre Batman machen, du kannst den sehr stilisierten Michael Keaton Tim Burton Batman machen, du kannst The Brave and the Bold oder du kannst Batman The Animated Series machen oder du kannst halt einen Nolan oder eben so einen machen oder von mir aus auch sogar den Ben Affleck Zack Snyder Batman und das ist für mich alles Batman. Also das sind alles legitime Interpretationen und ich kann auch fast jeder Interpretation was abgewinnen, was mir dran gefällt. Aber tatsächlich, mein Lieblings Batman, wenn ich ganz ganz tief in mich reingucke, das ist schon der Kevin Conroy in Mask of the Phantasm. Also eigentlich auch mein Lieblings Batman Film. Also aus der Film zur Animated Series damals von Tim, nicht Tim Burton, Hilfe auf die Sprünge, Sale, Tim Sale? Nee, Bruce Tim und Paul Dini haben ja die Serie glaube ich gemacht. Tim Sale ist aber auch ein guter Stichpunkt, können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ja, also der gefällt dir am besten, da hast du absolut recht, ich meine Batman, der Dunkelrecher, Vengeance, der steht für ganz viel und wie gesagt, ich habe schon gemeint, dass ich den Detective Aspekt immer ganz interessant finde, der tatsächlich in den Filmen verhältnismäßig selten durchschimmert, wie ich finde, bei dem Matt Reeves Batman noch tendenziell sogar eher mit diesen Kontaktlinsen zum Beispiel und er will dann ja irgendwie auch Rätsel lösen und so, das passt schon eher in die Detective Comics Richtung, wie ich finde, aber natürlich gibt es auch aufs Maul, also du kannst so ein Batman natürlich nicht und nicht nicht prügelnd durch so ein Gotham City jagen, das ist ganz klar und da war ich auch ein bisschen beeindruckt, wie das bei dem Matt Reeves Batman funktioniert und dass es eben überhaupt funktioniert und das obwohl der ja eigentlich eben auch, also er ist ja nicht groß gewachsen, unser Schauspieler hier, Dankeschön, das müsst ihr noch merken, das ist nicht meine Stärke, aber Pattinson ist einfach kein groß gewachsener Mann und auch wenn wir ihn in einer Oben ohne Szene sehen, er ist schon trainiert, aber er ist einfach nicht die Maschine, die zum Beispiel Affleck gewesen ist während der Filme und da hat er natürlich auch mit zu arbeiten, aber wie du schon sagst, man kann die Batman-Figur da über verschiedene Konzepte drüber stülpen und das funktioniert im Regelfall und ich gucke mir auch alles an und ich finde nichts wirklich, wirklich schlecht. Ich habe zuletzt auch zum Beispiel diese Caped Crusader Animated Series gesehen, die so ein bisschen im Geiste der alten Animated Series tendenziell auch zumindest rein optisch weitergeht und auch das ist nochmal ein anderer Batman, einer, der auch nicht nur sympathisch ist, aber auch da ist viel Gutes dran gewesen und deswegen würde ich mir auch da natürlich eine zweite Staffel von angucken. Total. Jetzt haben wir drüber gesprochen, wie wir eigentlich Batman finden und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass wir den Joker, der übrigens in dieser Szene gespielt wurde, ich habe es parallel ganz professionell rausgesucht, von niemandem geringer als Barry Keoghan, weiß er Bescheid, wollte ich natürlich mit dir noch über Oswald Koppelpot sprechen, den Pinguinen und das ist eine Figur, da gibt es verschiedene tolle Comics, die sich auch zum Beispiel nur um ihn drehen, aber auch eine Figur, die wird immer mal anders erzählt. Jetzt in dieser Caped Crusader Serie, die ich angesprochen hatte, tritt er in der ersten Folge auf und, klarer Spoiler, es ist kein er, es ist eine sie, also sie haben hier einen Gender Swap gemacht, das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Aspekt, kann man mal machen, aber es ist auch eine Figur, die auch schon auf verschiedene Art und Weisen interpretiert worden ist. Was ist denn für dich der Pinguin, für einen Villain? Der Pinguin ist so ein Villain für mich aus der wirklich zweiten oder dritten Riege, also es ist interessant, weil er wirklich oft vorkommt in irgendeiner Batman-Adaption, vermutlich, weil die Leute sich einfach an den Pinguin erinnern, ob das jetzt irgendwie der watschelnde Quack, 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 Pinguin mit mit Regenschirm ist aus der 60er-Jahre-Serie oder Danny DeVito in Baton Returns. Ich finde ihn persönlich eigentlich gar nicht so interessant, weil er eigentlich kaum was hat. Er ist halt ein Gangster mit einem Stick, also mit irgendeinem, mit irgendeinem, so einem Pinguin-Look. Und da fand ich, also ich mag tatsächlich sogar die Danny DeVito-Version, wo er so ein Mutant ist, eigentlich noch am liebsten. Und davon ist dieser Pinguin ja komplett entfernt. Das ist ja sehr, sehr weit, so weit entfernt, wie es eben nur sein kann. Ja, das stimmt tatsächlich. Also der Pinguin auch in den Comics, da ist er ja schon, er ist halt ein kleiner, untersetzter Mann, auch tendenziell immer eher dicker. Er kommt aus einer Familie, die immer mal anders interpretiert wird und auch dargestellt wird. Er hat in der, für gewöhnlich in der Darstellung ist er ein Mensch mit Behinderung. Das heißt also so ein verkrüppelter Fuß oder ein Bein kaputtes, vielleicht auch Hüfte oder so ist nicht unüblich. Die spitze Nase hast du im Regelfall. Er hat ganz oft einen Monokel oder vielleicht sogar eine Brille auf. Und natürlich eben auch so Smoking-mäßig einen Anzug, was ja dann die Optik des Pinguins letztlich ein bisschen darstellen soll. Aber ich wüsste jetzt auch mal nicht, ob er ähnlich wie Batman, der ja quasi Vorfälle mit Fledermäusen hatte, die ihn dann inspiriert haben, halt zu Batman zu werden. Also nicht zu, keine Ahnung, Dogman zum Beispiel. Würde mich aber mal interessieren, ob es auch eine Inspiration für den Pinguin gab, warum gerade das so sein Aushängeschild ist. Ja, auch mit der Eisberg-Launch, das passt ja auch so ein bisschen. Wurde er vielleicht aufgrund seiner Optik von anderen Kids als Pinguin beschimpft und er hat das halt quasi genutzt und sich als Titel angeeignet. Da hätte ich jetzt gar keine Antwort, wie eigentlich dieser Bezug zu diesem Tier herkommt. Ja, ich glaube, die ist auch immer anders. Also je nachdem, welche Ära von Comics du reinschaust, hat er mal einen, ist er irgendwie in einem Zooladen aufgewachsen und liebt die Vögel oder es gibt gar keinen Bezug dazu. Ich mag ja wirklich diese Tim Burton-Interpretation, wo er Flossenhände hat und ganz blass ist und in der Kanalisation unter dem Zoo lebt und eben diese Armee von Zoopinguinen hat, die ihn aus irgendeinem Grund, weiß nicht, aufgezogen haben. War das so? Irgendwie so. So in der Art zumindest. Da war er so ein Mutant und das fand ich eigentlich noch am interessantesten. Und Danny DeVito's Performance ist halt auch megageil in dem Film. Hier hat er ja so ein vernarbtes Gesicht, so eine Narbe, die irgendwie sich an der Nase entlang zieht, was so ein bisschen aussieht wie so ein Pinguin-Schnabel und er watschelt. Wobei ich da ehrlich gesagt, das ist auch ein Punkt, über den können wir gleich nochmal bei der Serie sprechen. Ich war mir gar nicht sicher, ob der in dem The Batman-Film schon so stark gewatschelt hat. Hat man das da überhaupt gesehen? Dass er so stark gewatschelt, also so gewackelt hat, meinst du? Ja, genau. Dass er beim Laufen wirklich so gewackelt hat und da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das schien mir jetzt so ein bisschen neu in der Serie, aber vielleicht muss ich den einfach nochmal gucken. Ja, also dass er da so gewackelt, keine Ahnung. Er ist mir nicht aufgefallen. Ich habe die erste Hälfte vom Film, deswegen waren es anderthalb Sichtung, gestern Abend nochmal geguckt und kleiner Tipp, guckt es nicht auf dem Laptop, der Sound ist einfach nie geil. Das ist mir nicht aufgefallen, dass er da so sehr wackelt. Also natürlich die Nase, das Verschmitzte und ich meine, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt nach Sichtung der ersten Folge da deutlich mehr auch natürlich Nahaufnahmen von ihm habe, aber dass er ja quasi diese krasse Narbe im Gesicht hat, die dann ja scheinbar auch sehr tief war. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Axt oder sowas gewesen ist, weil da ja auch genau da die Zähne fehlen und er dann so Goldzähne hat. Das sind alles so Details, die mir nicht aufgefallen sind im Film. Also die habe ich jetzt erst so nachträglich für mich erst wahrgenommen. Naja. Und weil ich hier gerade übrigens auch über die Liste drüber fliege, hast du eigentlich diese Serie Gotham gesehen? Da wurde er gespielt, die Figur gespielt von Robin Lord Taylor. Hast du das gesehen? Ja, ich habe tatsächlich ein paar, ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln Gotham gesehen, aber es war dann auch sehr schnell so ein Hate-Watchen. Also das ist tatsächlich die eine Interpretation in Live-Action, die mir überhaupt nicht reingeht. Diese ganze Ästhetik der Serie hat mir nicht gefallen. Ich habe dann irgendwie so vereinzelt mal in ein paar spätere Folgen reingeguckt oder irgendwie so YouTube-Clips davon geschaut. Das fand ich komplett Banane. Ich habe es auch nicht geschafft. Aber ich habe dann mir mal die allerletzte Folge angeschaut, weil ich wissen wollte, wie Batman dann ja nur auch aussieht. Aber ja, danke. Nice to know, good to know. Agree to disagree, sage ich mal. Absolut, ja. Unser Pinguin hier. Und da könnten wir theoretisch eigentlich nochmal den Einstieg machen in die Besprechung der allerersten Folge, die ihr, wie ihr wisst, denn ich habe es schon tausendmal erwähnt, ab dem 20. September auf Sky und Wow schauen können. Das ist eine HBO-Produktion. diese Serie, diese Folge setzt verhältnismäßig nahtlos an den Film an. Vielleicht kannst du uns mal kurz abholen, das Setting kurz beschreiben, in was für einer Ausgangssituation sind wir eigentlich in Folge 1? Ja, genau. Also, so wie wir den letzten The Batman verlassen haben, gab es ja einen großen Terroranschlag vom Riddler, der, wenn ich mich recht erinnere, die halbe Stadt so unter Wasser gesetzt hat. Das heißt, es gab irgendwie eine große Flut, die Stadt ist ziemlich zerstört, das Powergefälle ist, glaube ich, auch gestört. Carmine Falcone, oder Falcone, wie sie hier sagen, der Gangsterchef, der im Film übrigens noch von John Turturro gespielt wurde, jetzt anscheinend von Mark Strong in der Serie ersetzt wurde, der ist vom Riddler erschossen worden. Und die Falcone-Crime-Family, steht jetzt ohne Anführer da. Und ich glaube, genau da setzen wir ein. Genau. Er ist ja auch Mitarbeiter gewesen, also er ist quasi in diesem Haus der Falcons irgendwie auch drin. Ich weiß nicht genau, bei den Mafia, in der Mafia, da haben ja verschiedene Positionen, verschiedene Namen. Da gibt es dann auch den Kapo und den Mob-Boss und wie sie nicht alle heißen. Also meine Sichtung von Sopranos ist schon ein bisschen her und in dem Fall übrigens auch eine gute Vorbereitung für die Serie. Da weiß ich nicht genau, was für eine Position der eigentlich innehatte. innerhalb dieser Falcone. War das einfach nur so ein Unternehmer oder war das schon ein Teil? Er war schon ein hoher Soldat in der Armee der Falcons und ich glaube ein Kapo. Ja. Ja. Und genau, die Stadt ist im Chaos. Die Vororte, denen es gut geht, denen geht es halt gut und zwar weiterhin, weil die nämlich weit weg sind vom Gotham River und die, ja letztlich die Slums beziehungsweise die Innenstadt, ähm, dieser Metropole Gotham City, die ist ähnlich und das ist in den Staaten ja auch oft so, dass die Innenstädte tatsächlich die sind, die, ähm, eher von den sozial schwachen Milieus quasi bewohnt werden und auch hier ist es so, dass die halt alle abgesoffen sind. Das heißt, die Ärmsten der Armen haben nochmal besonders gelitten unter dieser Situation und wir sehen dann da nochmal eine kurze Zusammenfassung mit einer Berichterstattung hier in den ersten Szenen der ersten Folge und das ist ganz cool gemacht. Das, ähm, ist auch so, wie wir einfach US-Fernsehen auch kennen mit einem gewissen Entertainment-Faktor letztlich, was die Nachrichten angeht und, und das fand ich dann ganz cool, eben auch ersten Shots von Gotham City, wie es jetzt aussieht, wie es überschwemmt ist, im Dunkeln, es ist auch weiterhin eine dunkle, böse Stadt. Ich finde es cool. Das ist so für den ersten Eindruck, ähm, natürlich sehr recht bodenständig und recht, ähm, ja, einfach, ähm, realistisch, sag ich mal, aber es ist auf jeden Fall Gotham City, es ist nämlich eine Großstadt, die leuchtet und im Dunkeln präsentiert wird. Wie waren so deine ersten Eindrücke? Ja. Ähm, ich fand sie haben den Look vom Film eigentlich so halbwegs gut in die TV-Serie übertragen können, also zumindest so von der, von den Locations, die man da so gesehen hat, das kam schon halbwegs nah ran an den, an das Gotham, das wir aus The Batman gesehen haben. Ich war tatsächlich in dem, ähm, in diesem Fernsehbericht, als dieses Bild von Carmine Falcone eingeblendet wurde und man sieht irgendwie so ihn mit Sonnenbrille und ich dachte, das ist doch nicht John Turturro, das ist doch nicht der, den wir aus dem Film gesehen haben. Hab da ein bisschen auf IMDb nachgeschaut und, äh, ja, er wird wohl jetzt von Mark Strong gespielt. Ein anderer Schauspieler, den wir schon im DC-Film gesehen haben und zwar als Sinestro in Green Lantern, der sich dran, die Älteren werden sich erinnern. Das war doch der mit Deadpool, ne? Ja, genau. Okay. Ja, Klassiker, sollte man gesehen haben. Äh, und, genau, und das, also das, das ist erstmal ein bisschen irritierend, dass sie John Turturro nicht für die Serie bekommen haben. Andererseits frage ich mich, okay, wenn sie jetzt jemanden wie Mark Strong dafür haben, gehe ich mal davon aus, dass wir später mal ein paar Flashbacks sehen. Weil überlebt haben wird Carmine Philcone vermutlich nicht. Ne, also davon gehe ich auch nicht aus, dass er überlebt hat. Es ist, ähm, jetzt in der ersten, in der ersten, äh, Folge, aber tatsächlich so, dass du den ja gar nicht so richtig siehst, mit dem Schnauzbattern und dem Sonnenbriller auf, das könnte eigentlich auch, also hätten sie einen ganz Unbekannten genommen, das wäre jetzt gar nicht großartig aufgefallen. Denn die Szenen mit dem Philcone, oder diese Rückblenden, die sind jetzt nicht weiter, nicht weiter der Rede wert. Da sind ganz andere Falcons, die relevant geworden sind, nämlich sein Sohn. Er hat Sohn und Tochter und, ähm, das erste, was unser Pinguin macht, ist scheinbar erstmal die Hütte vom Falcone auszuräumen. Denn er bricht scheinbar in ein Penthouse von ihm ein. Das sieht aus wie so eine Art Tresor, aber vielleicht ist einfach auch, einfach bloß, das könnte auch einfach so ein Essensaufzug sein. Auf jeden Fall wird der, mit einem richtigen Vorschlag haben wir volles Rohr aufgeprügelt. Das geht scheinbar so, dass man dreimal gegen das Blech trommelt und dann geht's auf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will er da an diesen Tresor, nennen wir es mal so, ran, um was vorzufinden, was irgendwie erstmal unspektakulier klingt. Aber es ist einfach eine Akte mit ganz viel geheimen Scheiß. Beweismittel und Fotos in dem Fall von einem anderen Falcone-Mitglied, der dann vermutlich seine Frau betrügt oder irgendwie sowas macht. Das ist halt so ein bisschen kompromittierendes Material mit einer jungen Frau. Auch das steckt er sich dann eben ein und findet dann nicht nur diese Beweismittel, sondern auch noch Diamanten. Das klingt wie was, das würde so ein Pinguin machen, oder? Wenn er weiß, die Hütte steht leer, da guckt keiner nach, das räume ich erstmal aus. Ja, und ist das nicht sogar die Iceberg-Lounge, wo wir wieder sind? Ich glaube, das ist sogar sein Laden und Falcons Büro da drin. Das ist doch, ja, wir sind doch da drin, meine ich mich zu erinnern. Und umso seltsamer, dass dann, ich glaube, später wird gesagt, er wäre doch hier bei seiner, der Falcons-Sohn wäre doch bei der Iceberg-Lounge gewesen. Die natürlich auch komplett zerstört ist. Also das ist alles komplett unter Wasser. Stimmt, das wird wirklich später gesagt. Jaja. Genau. Und der Falcons-Sohn, wie sei ich sein Name nochmal? Alberto. Alberto? Von Michael Seegan gespielt. Und das ist, ja, das ist der, Alberto Falcone. Alberto Falcone tritt auf, er kommt scheinbar auch in das Büro seines Vaters und erwischt Oswald dabei, Ozzy, wie wir Fancy nennen, wie er halt dieses Ding aufbricht und wir kamen als Zuschauendes das Gefühl, okay, er will da einfach nur irgendwie was mitgehen lassen, weil es halt gerade ganz praktisch ist. Aber, sein Sohn findet das natürlich nicht so gut. Der zieht mit der Waffe auf ihn und stellt ihr zur Rede und wenn Oswald Koppelpot was kann, dann sich aus der Scheiße zu quatschen. Und auch das macht er hier. Er bringt den Falcone-Sohn Alberto dazu, mit ihm ein längeres Gespräch zu führen und letztlich so eine Art rumgekumpelt zu machen und das fand ich faszinierend. Also das war das erste Beispiel und das ist ja auch in dem Moment dafür geeignet, die Figuren ein bisschen besser kennenzulernen. Dass wir mal sehen, wie er halt eben mit Figuren umgeht, die ihn jetzt in dem Fall unter Druck setzen und vielleicht aber gleichzeitig auch Geschäftspartner sein können, Feind und Freund zugleich sein können. Also dieses typische Mafia-Ding und wie er halt in dieser Welt agiert, das fand ich doch ganz gut, um mir das mal anzuschauen. Wie er eben auch reagiert auf die Dinge, die Alberto da so sagt. Denn es geht um Drogen, um Drops. Drops ist wahrscheinlich das heiße Ding in Gotham City, oder? Ja, das war es ja auch im Film. Wir haben ja diese Drop-Hats, diese Typen schon gesehen in The Batman und jetzt ist irgendwie das Drops-Geschäft, der Drops ist gelutscht, nachdem das Wasser im Endeffekt alles kaputt gemacht hat und der Alberto erzählt von einer neuen Lieferung, die da ankommt. Ein ganz heißer Scheiß, der das Drogengeschäft revolutioniert. Was ich aber in der Szene wirklich interessant fand, ist, dass der Pinguin ja so ein bisschen durchblitzen lässt, was er eigentlich gerne selber wäre. Und zwar lässt er hier irgendwie den Alberto wissen, du musst ja nicht unbedingt mit Furcht und mit Gewalt regieren. Es gab mal, erzählt er so eine Anekdote aus seiner Kindheit, dass er irgendwie, da gab es irgendwie einen Mafia-Typen bei ihm in der Nachbarschaft und den haben alle extrem respektiert. Der hat den Leuten geholfen, wenn sie Probleme hatten und die haben ihm sogar eine Parade irgendwie aufgeführt zu seinen Ehren und man merkte, der Pinguin schwärmt davon, wie er wahrscheinlich selbst gern gesehen werden wollen würde. Also es geht ihm auch ein bisschen um Respekt. Er ist vielleicht gar nicht so ein super brutaler, also ist er schon, aber im Kern wäre er wahrscheinlich gerne so ein bisschen der ehrenvolle Gangster, dem die Leute Respekt zollen. Und darüber kann der andere natürlich nur lachen. Aber es ist schön, weil das ist wichtig für später. Da wissen wir so ein bisschen, lernen wir zum ersten Mal wirklich was über diesen Pinguin. Ja, das kann man ja durchaus mal kombinieren. Wir werden diese Recaps ja jetzt nicht so aufbauen, liebes Publikum, dass wir jetzt hier Schritt für Schritt jede einzelne Szene durchgehen. Wir versuchen schon logische Zusammenhänge herzustellen, um uns dann vielleicht auch nicht zu wiederholen. Und das vielleicht auch im Moment, wo man sich so ein bisschen über die Origin von diesem Koppelpott Gedanken machen kann. Wir lernen zu einem späteren Zeitpunkt auch seine Mutter kennen. Die ist auch psychisch krank, wie es scheint, muss Tabletten nehmen, um ihren, sag ich mal, Geist zusammenzuhalten. Und wir sehen da auch Fotos von der Familie an der Wand. Auch den jungen Auswold Koppelpott. Und er sieht halt aus wie ein kleiner, untersetzter Junge. Aber er macht jetzt keinen, nicht den Eindruck, als wäre er da jetzt schon großartig entstellt. Und ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass es einer ist, der aber halt immer so ein Kopf oder zumindest einen halben kleiner war als alle anderen. Immer eher ein bisschen dicker. Immer vielleicht auch eher so, ja, also eher eine unscheinbare Figur. So einer, der eben halt auch gemobbt wurde. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und der dann halt mit der Zeit vielleicht auch mal Schläge abbekommen hat. Und wenn so einer plötzlich so ein Idol hat, so einen Mafiosi-Boss, der, das ist ja tatsächlich oft so, innerhalb der Community dann auch sehr gut angesehen ist, dann kann das natürlich auch für unseren Ossi hier eine Inspiration gewesen sein. Und wenn dazu noch diese Mutter kommt, die ihn ja wirklich auch antreibt und ihm klar macht, zum späteren Zeitpunkt in der Folge hier, du hast hier, wenn später drauf kommen, gleich darauf kommen, was er gemacht hat, aber du hast keinen Fehler gemacht. Du bist einfach intuitiv auf dem Weg zur quasi Herrschaft über die Stadt. Das ist einfach toll, was du bist. Du bist zum Chef, zum König sein meinetwegen geboren. Dann ist das auch so ein Lebensweg, den kann man einschlagen, sag ich mal. Kann man schon machen. Ja, also dieser Pinguin auf jeden Fall, dieser Pinguin hat auf jeden Fall jede Menge Misshandlungen in seinem Leben schon abbekommen. und wir lernen auch direkt, was er überhaupt nicht abhaben kann, ist, wenn Leute über ihn lachen. Denn das macht der Alberto Falcone, der junge neue Chef der Crime Family und ja, das macht er nicht lange, weil Oswald knallt ihn einfach sofort ab. Das ist so. Und ich bette mit dir. Ach, Gott sei Dank. Ja, jetzt ist dieser Shit halt endlich weg. Der hat nämlich sofort genervt und Oswald, ja, bringt ihn sofort um. Der Gaghet Rock, der ballert ihn einfach weg und bereut es auch, kurz nachdem er es gemacht hat, findet er das erst mal vielleicht gar nicht so schlau, aber dann war er halt jetzt ihm ein bisschen, hat er ein bisschen überreagiert, könnte man sagen. Aber, gerade auch was diese Motivation angeht. Also ich wäre zum Beispiel nicht überrascht, wenn er einfach, wenn es vielleicht sogar nur ein Trauma gab. Also er wäre meinetwegen über Jahre hinweg gemobbt worden, aber was ihn dann wirklich zu diesem, okay, jetzt zeige ich es allen Moment gebracht hat, könnte ja tatsächlich so was sein, wie, ich habe es jetzt von als Axt mal spekuliert, was, das ist halt wirklich in so einem ultrabrutalen Übergriff, irgendwelche Leute wollten vermöbeln, halt meinetwegen mit der Axt, dass das der Moment war, wo er den halt gerade so überlebt hat und da nochmal sein Leben neu in die Hand genommen hat und sich dann halt in dem Fall eben als Mitglied der Mafia versucht. Da wäre ich nicht überrascht, wenn wir irgendwie so was, zumindest in Teilen, im Laufe der nächsten Folgen noch sehen werden. Ja, auf jeden Fall wird hier erstmal der Falkone-Sohn weggeballert, weil irgendwie ist das ja auch ein Arsch und der nervt unseren Ossi. Auch übrigens schöne Sets, kommt auch wieder in der Optik daher und in der Farbwahl, wie wir sie teilweise eben auch im Film schon gesehen haben. Ist ein bisschen sauberer und weniger dunkel alles, oder? Als im Film? Ja, also es ist nicht ganz, ganz so schön in Szene gesetzt, aber sie haben sich ein bisschen Mühe gegeben. Wobei der Club ja schon zumindest ein bisschen runtergekommen ist, nachdem es da wohl reingeregnet hat. Ja, also er muss ja dann auch erstmal die, was ich übrigens auch toll finde, er muss ja die Leiche dann loswerden und er hat sich dann so einen Müllsack als Anzug drüber gestülpt, was ich auch nur aus amerikanischen Filmen und Serien kenne. Diese Idee, dass man sich einfach so ein Loch in drei Löcher in den Müllsack macht, dann kann man den so als Overall tragen und dann schleift er ihn nach draußen, muss ihn erstmal loswerden. Wir haben das früher immer gemacht als Kids irgendwas mit Wasserpistolen beschossen haben, dann haben wir das auch gemacht, so als Schutzschild quasi. Das ist eine gute Idee. Ja, mega gute Idee, auf jeden Fall. Wenn ihr das sonst nicht macht, also sei es nur, um euch vor Spritzpistolen zu schützen oder weil ihr eben auch keine Leichen entsorgen müsst, dann spricht das vielleicht sogar für euch, liebes Publikum. Ja, geil, da wird dann geballert und er schleppt diese Leiche runter, rettet und nimmt noch das Handy, das ist auch ganz cool, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, mit Face Unlocked, mit der Leiche noch eben das Handy entsperrt und dann schleppt er ihn runter aus der Iceberg Lounge und dann lernen wir auch schon die letztlich nächste wichtige Person kennen, denn eine Crew an einem jungen Burschen ist gerade dabei, den wunderschönen, flaumenfarbenen Maserati von Ossi quasi zu, die wollen den aufbrechen, schätze ich mal und dann irgendwie halt klauen und er ballert die alle weg und man schreift sie. Ja, was ist ein Reifen oder Radkapp oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube die Radkappen, ich glaube da kommt er später nochmal so drauf zu sprechen, ihr könnt doch eigentlich die Radkappen auch irgendwo bei so einem Schrottplatz einfach klauen, ihr müsst doch nicht zum Gangster-Boss gehen für die paar Kröten. Ja, aber Gotham ist halt ein hartes Pflaster, da muss man nehmen, was man bekommt. Das ist aber so Reifen-Reifen-Klauen, das ist doch so ein Ding ist der zweite Robin, der Jason Pott, ist der nicht auch durch Reifenklau Batman aufgefallen, weil er versucht hat von Batman... Ja, genau, total, der war auch so ein Kleinkrimineller. Richtig, genau. Ja, ja, daran hat es mich auch direkt erinnert und ich habe dann also, wir können ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, einer dieser Kids, der wird dann direkt von Oswald rekrutiert als sein Handlanger für den Abend und ich dachte auch direkt, ah, der Pinguin kriegt seinen eigenen kleinen Robin. So ein netter, kleiner Sidekick und auch einer, der jetzt auch eben kein kleiner Pinguin 2 ist, so ein Mini-Me quasi, sondern eben schon, also eigentlich seine Figur und auch dieses Aufeinandertreffen schon, also der Typ, der hat halt echt Angst, dieser, nennen wir ihn jetzt mal Sidekick, solange ich hier rumscrolle und den Namen nochmal raus suche, der hat echt Angst, der hat Angst um sein Leben, ich meine, der wurde gerade von verschiedenen Seiten beschossen und jetzt gibt es ja diesen Typen, der auch ein bisschen schräg aussieht, der regelmäßig eine Waffe auf ihn hält, ihn aber auch anlacht und aber auch irgendwie seine Arbeit will und ich sag mal so, bis irgendwann am Ende der Folge klar ist, okay, er wird ihn vorerst nicht umnieten, habe ich jederzeit damit gerechnet, dass der einen Kopfschuss kriegt. Ging dir das auch so? Ja, ja, klar. Ja, genau. Ich dachte auch, das ist jetzt die Chancen ist jetzt 50-50, ob er seinen Sidekick für die Serie hat oder ob er nochmal zeigen will, wie brutal er ist. Fand es dann aber ganz schön, dass sie ihn am Leben gelassen haben, also erst mal. Das betont er ja auch, er lässt ihn erst mal am Leben. Ja. Ja. Und damit ist er gleichzeitig aber auch kompiste. Victor heißt der Bub übrigens. Victor. Danke. Liebes Publikum, ihr werdet das bestimmt im Laufe, ihr kennt das von den Boys Recaps schon mit den Namen Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Na klar. Ist ja übrigens, wo wir kurz bei Victor sind, ist dir der Schauspieler bekannt vorgekommen? Renzi Feliz, hast du jetzt schon mal gesehen? Ist der mir bekannt vorgekommen? Boah. Also ich gebe dir einen Tipp, er hat auch noch bei einer anderen Superhelden-Serie, allerdings aus dem Marvel-Universum, mitgespielt. Allerdings eine sehr, sehr kurzlebige Sache. Ich glaube, es gab nur zwei Staffeln. Tatsächlich scrolle ich gerade über die IMDb drüber und sehe, welche das ist. Nein, die habe ich nicht gesehen. Nein, der kam mir auch nicht bekannt vor. Runaways. Genau. Das ist noch eine Serie, also da muss man, die taucht da auch nur in Marvel-Listen auf. Wenn man sich selbst jetzt so ein, ich gucke nochmal alles MCU-mäßig Liste erstellen würde, wäre die Marvel-Runaways eine Serie, die würde man vermutlich vergessen. Ist die offiziell MCU-Teile? Das war glaube ich auch alles noch. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube, das war noch aus der Phase, als Marvel so die Serien verkauft hat, sowas wie S.H.I.E.L.D., Runaways, Cloak & Dagger. Das war noch, bevor sie selber gesagt haben, wir machen das alles im MCU unter Disney+. Und dementsprechend waren diese Serien auch alle immer so relativ kurzlebig. Also Runaways hatte sogar, glaube ich, noch zwei Staffeln bekommen. Aber sowas wie Cloak & Dagger zum Beispiel hatte nur eine Staffel. Ja. Also tatsächlich, das ist auch so ein Ding, dadurch, dass wir diese Aufzeichnung hier machen, circa einen Monat bevor das Ganze erscheint, ist die IMDb natürlich noch gar nicht gepflegt, was das angeht. Das heißt also, er ist zwar in der IMDb-Liste drin, der zur Besetzung, aber in seiner eigenen Aufstellung an Filmografie von Ransi Phyllis, dem Schauspieler, ist The Penguin noch gar nicht drin, beispielsweise. Einfach mal mit ein paar interner mal zutrocken. Und dann habe ich das Erste, und davon gibt es gar nicht so viele, wenn man so will, versteckte Easter Egg gefunden. Uiuiui. Denn die beiden Jungs sitzen im Auto, die Leiche im Kofferraum, sie fahren irgendwo hin, um die Leiche halt zu entsorgen. Und unser Binguin hat ja die, mit Face Unlock das Handy entsperrt. Und scheinbar ist der Unlock da jetzt auch für eine Stunde oder so. Ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall kann er jetzt das Handy benutzen. und wir sehen nicht nur irgendwie einen Termin im Kalender mit Shipment, also quasi da wird es um Drogen gehen, die geliefert werden. Und das ist für den Verlauf der Folge noch ganz wichtig. Nein, wir sehen auch ein eingetragenes Spiel, der Gotham Knights. Die Gotham Knights ist das Football-Team von Gotham City. Und die kennen wir unter anderem zum Beispiel auch aus dem Snyderverse. Unser Cyborg ist ja auch Football-Spieler, zumindest bevor er zu Cyborg wird. Und ich weiß nicht genau, ob er Teil der Gotham Knights ist oder gegen die Gotham Knights spielt. Aber das sehen wir auf jeden Fall in dieser einen Szene, der fliegt ja so durch die Luft in diesem Snyder-Film, in dem Justice League-Film. Da sind die Gotham Knights halt auch präsent. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob er selbst Teil der Gotham Knights ist oder ob er gegen die Gotham Knights spielt. Wahrscheinlich ist er selbst Teil davon. Ja, in dem Snyderverse spielt ja irgendwie alles in Gotham City und in der Vorstadt. Und das ist ganz cool. Also da kann man eben auch mal wieder so einen Bezug zu einem von zwei oder drei Easter Eggs finden, die ich überhaupt in der ganzen Episode gefunden habe. Ich würde nämlich mal straight behaupten, dass das auch so eine Serie ist, die eigentlich diesen ganzen DC und Gotham-Bezug vielleicht gar nicht bräuchte. Darüber können wir gerne am Ende nochmal von unserem Recap sprechen. Denn so viele versteckte Dinge sind hier gar nicht drin, wie ich finde. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, der Pinguin fährt hier mit seinem neuen Sidekick irgendwann an einem Juwelenladen vorbei. Und der Juwelenladen hieß Burgess Jewelry. Und die ganz Alten unter euch werden wissen, Burgess Meredith war der Schauspieler, der den Pinguin in der 60er-Jahre Adam West-Batman-Serie gespielt hat. Wow, cool. Ja, Deep Cut. Für euch. Das ist nice, da bin ich nicht drauf gekommen. Und das ist ja auch so ein ganz cool, ne? Also wie heißt das denn? Da gibt es noch diese, da gibt es einen Fachbegriff für den Kennechte-Filmexperten. Wenn du eine Waffe zeigst am Anfang eines Films oder im Verlauf eines Films, die aber nicht benutzt wird, kannst du davon ausgehen, Check-off-Scan. Check-off-Scan, danke. Und sowas haben wir hier auch, nur mit einer quasi cooleren Version von einem Duftbäumchen. Das ist ganz cool. Ich habe das nicht verstanden erst, was das ist, ob das irgendwie so einfach ein Teil der Klimaanlage ist oder so, aber das ist schon einfach so ein Duftding fürs Auto, ne? Ja, ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, denn nochmal ein kleiner Insider, wir haben keine Untertitel bei dem Screener, die wir gucken. Das ist für mich sehr ungewohnt, weil ich seit vielen Jahren eigentlich nur noch alles mit Untertiteln gucke. Und da musste man wirklich so, was hat er gesagt? Okay, keine Ahnung. Irgendwas Wichtiges wahrscheinlich, was später nochmal vorkommt. Ja, ich habe tatsächlich immer mal auch nochmal zurückgespult, nochmal kurz geguckt, gerade wenn es um Dialoge geht oder so, wollte ich schon alles mitbekommen, denn das ist wirklich eine sehr dialoglastige Serie. Das kann man jetzt sagen. Diese beiden Jungs sitzen hier, also Ozzy und sein Sidekick sitzen jetzt auch im Auto, unterhalten sich natürlich ein bisschen. Unser Sidekick hat immer noch Angst, dass er jetzt gleich erschossen wird und so. Und es geht aber in diesen ersten Minuten, wir haben gerade mal eine Viertelstunde der ersten Folge rum, die 76 bzw. 7, ne Quatsch, 66 bzw. 67 Minuten geht. Und wir haben zu dem Zeitpunkt ja immer noch Angst, dass er Ozzy jetzt gerade mal die Waffe rausholt und den Kopfschuss gibt. Und eine sehr dialoglastige erste Folge, würde ich sagen. Das heißt also, hier ist Dialogregie was, auf das wir auf jeden Fall auch irgendwie einen Schwerpunkt haben, sowohl auf eben natürlich dann kreativen Seite, die machen den, als auch wir als jetzt hier Recappende, werden uns immer mal auch die Dialoge angucken müssen, die hier natürlich sehr omnipräsent sind, meines Erachtens nach. Hast du einen ersten Eindruck zu den Dialogen, die hier geführt werden? Ich fand die total okay. Also ich fand die gut. Wie gesagt, mit Untertiteln hätte ich sicherlich noch mehr mitbekommen. Aber nee, es ist wirklich eine sehr dialoglastige Serie. Muss es halt sein, weil klar, wir müssen irgendwie die Zeit rumkriegen im Fernsehen. Wir haben nicht so viel Kohle, um irgendwie das Auto vom Pinguin zu flippen, wie im The Batman. Explosionen auch eher rar. Wir haben später noch eine sehr, sehr teure Szene, wenn wir den Pinguin so gut wie nackt sehen. Das ist ja dann ein Ganzkörpersuit, das er trägt. Aber das sind eigentlich auch so die Schauwerte, die einzigen Schauwerte. Ein sehr haariger, nackter Colin Farrell in einem Fatsuit. Ansonsten sind wir sehr oft in Autos oder in irgendwelchen Häusern und reden. Was mich überhaupt nicht gestört hat, muss ich sagen. Das ist total okay. Würde ich auch so sagen. Denn wenn wir da dann doch mal den Vergleich ziehen wollen, das hatte man vorab schon häufiger gehört, zu den Sopranos, dann ist es ja nicht ohne Grund so. Also ja klar, es ist eine Mafia-Serie und es geht viel um dieses Miteinander, dieses Intrigen-Ding. Und scheinbar will halt hier einer die einzelnen Häuser so ein bisschen stürzen, um selbst an die Spitze der lokalen Mafia zu kommen. Okay, das ist natürlich sehr dialoglastig. Und da geht es darum, dass man auch Facetten mitnimmt und Anspielungen mitnimmt und irgendwelche Sachen, die gesagt werden, auf die wir halt bei einer Zweitsichtung zum Beispiel fällt einem da bestimmt das eine oder andere noch mehr auf, was so bei der Erstsichtung noch gar nicht so ins Auge gestochen ist. Ja, auf jeden Fall sind unsere beiden Jungs jetzt hier auf dem Weg zu einer Sexarbeiterin. Die ist eine scheinbar mehr oder weniger Freundin von Ossi und die soll ihm halt ein Alibi geben für den Abend, den er ja am Morgen in der Iceberg-Lounge verbracht hat. Und ja, dann drückt die ein paar Euro in die Hand, Euro, Dollar in die Hand und dann macht die das auch. Keine Ahnung, wer das ist und ob wir die nochmal sehen werden. Ich gehe da schon von aus. Aber die Schauspielerin kannte ich jetzt nicht. Ich auch nicht, nee. Okay. Dann geht's weiter. Wir unterhalten uns über Sandwiches. Wir sitzen wieder rum und haben einen Dialog. Alles ganz cool. Also Essen spielt schon eine größere Rolle, vermutlich auch in Ossis Leben. Er ist ja nicht so krass adipös. Ja, was ihn ja aber auch wirklich so ein bisschen vermenschlicht. Er soll ihn ja sympathischer und menschlicher machen. Er redet irgendwie auch über die Hush-Puppies oder die Slush-Puppies. Also im Endeffekt so dieses Eis, was er sich in irgendeinem Laden als Kind geholt hat, wo sie irgendwie die Geschmacksrichtung gemischt haben, er und seine Brüder. Da kam dann auch mal zum ersten Mal zur Sprache, dass er wohl mit Brüdern aufgewachsen ist. Wir sehen dann auch später nochmal die Bilder, Fotos. Was mit denen passiert ist, keine Ahnung. Vielleicht auch ein Teil der Origin, die wir noch erfahren werden im Laufe der Serie. Es geht ja hier in der Szene darum, dass wir die Leiche loswerden wollen. Und jetzt, nachdem ich die jetzt komplett gesehen habe, ich gebe gerade nochmal so durch, damit wir nichts Fichtiges vergessen, war dir zum Zeitpunkt, wo die die Leiche jetzt hier scheinbar in einen Kofferraum packen, schon klar, was der eigentliche Plan ist, den er zu dem Zeitpunkt hat? Nein. Oder hast du den auch erst verstanden am Ende? Nein, tatsächlich habe ich mich ein paar Minuten später gefragt, ob wir eigentlich gesehen haben, wo die Leiche verbuddelt oder in den Fluss gekippt oder sonst was wurde. Ich habe mich wirklich irgendwie so ein paar Szene später gefragt, Moment, was war mit der Leiche? Habe ich nicht aufgepasst? Gut, später kommt dann der Reveal, dass die wohl die ganze Zeit im Kofferraum geblieben ist. Aber das war mir tatsächlich nicht klar. Ja, wir sehen hier halt auch, wie Viktor ständig auch Angst hat vor Ossi. Der Träger hat nämlich diese Brechstange in der Hand. Und naja, also er scheint schon ein bisschen impulsiv zu sein. Ossi, ich hätte auf jeden Fall auch Angst. Das finde ich schon beeindruckend. Der ist den ganzen Tag mit dem Typen unterwegs. Es wird so ein bisschen so, also naja, wenn wir gleich von Rumkumpeln sprechen, ich weiß es nicht. Aber es ist schon eigentlich, es ist eine sehr schizophrene Situation zwischen diesen beiden Figuren. Zumindest noch für den kompletten Verlauf der Folge. Und wirklich diese Mischung aus Angst und ja dann aber auch irgendwie wachsende Sympathie irgendwie scheinbar auf beiden Seiten da ist. Also das fand ich schon sehr faszinierend, mir das anzuschauen. So, dass wenn am Ende, wenn wir eben auch nochmal die Mutter kennenlernen, Mutterkoppelpott und auf dem Weg dahin schmunzelt, also wird es auch ein bisschen lustig so, beziehungsweise Ossi gibt sich in dem Moment quasi leicht die Blöße und so. Das ist schon irgendwie so auch ein, es menschelt hier ein bisschen in einer sehr absurden schizophrenen Art und Weise. Total. Und ich finde, er macht ja auch wirklich, also er kriegt das auch richtig gut hin, Colin Farrell. Diese Figur auf der einen Seite, hat er was Lächerliches? Er sieht aus wie eine Mischung aus Harvey Weinstein und Richard Kind. Aber er hat auch was wirklich bedrohliches. Das ist eine, das funktioniert alles eigentlich ganz gut für mich. Und es gefällt mir halt dann auch ganz gut, dass wir wirklich was über die Figur erfahren. Und wenn das auch nur so kleine Details sind. Ich frage mich generell, wie das ist. Also wie die das mit dem Fettsuit machen. Ja, okay, Fettsuit, wie die funktionieren, das ist mir schon klar. Aber hier ist eine gewisse Mimik auch wichtig. Also ich weiß nicht, der macht das viel über die Augen, oder? Ich glaube, der geht richtig viel über die Augen durch. Also ich hatte mal so ein Making-of über dieses Kostüm gesehen und allein dieses Headpiece, was er da im Gesicht hat, das sind auch irgendwie, keine Ahnung, zehn verschiedene Einzelteile, die dann so separat draufgeklebt werden, damit du eben auch mit deinen Gesichtsmuskeln das so ein bisschen steuern kannst. Und sie haben sie auch noch mal ein kleines bisschen verbessert, würde ich sagen, zwischen The Batman und der Serie hier. Es sieht noch mal ein bisschen besser aus. Die beiden gehen dann in die Wohnung wohl von Oswald. Und dort sehen wir das erste Mal auch seinen kaputten Fuß. Der ist irgendwie, das sind ganz, ja, ich weiß gar nicht so genau, als ob der mal gebrochen ist, der Fuß, und nicht wieder richtig zusammengewachsen. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Er hatte auch so eine Stütze, so ein Metallgestell, das ihm da vielleicht ein bisschen stützt. Was könnte da passiert sein? Und vor allem, warum hat er das nicht richten lassen? Das fände ich halt schon spannend. Was ist das? Also ein kaputter Fuß halt. Also es könnte aber auch einfach, es könnte auch ein Geburtsfehler sein. Also er könnte auch so geboren sein mit dieser leichten Behinderung. Es ist für mich noch ein bisschen unklar. Diese Stütze, die er da hat, das sieht ja auch alles so ein bisschen grob aus. Einfach so zwei Metallteile an der Seite. Also entweder ist es vielleicht eine Verletzung aus der Kindheit. Könnte ja auch noch sein. Also wir lernen ja später die Mutter kennen und die hat ja auch eine etwas düstere Seite. Also vielleicht ist da auch noch ein bisschen mehr Kindheitsdrama drin, dass die Mutter ihm irgendwas angetan hat. Oder er hat halt vielleicht später einen Unfall gehabt. Aber das wird die Serie sicher nicht noch ein bisschen explorieren. Im Anschluss sind wir dann im Drogenlabor. Hier geht es natürlich um die Drops und scheinbar wird hier irgendetwas fertig gemacht. Und das ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, das wird ja gleich auch nochmal Thema. Das ist quasi das lokale Drogenlabor für diese Drops von der Falcone-Familie. Und er leitet das vor Ort. Das hast du auch so verstanden, oder? Genau, das ist so ein bisschen seine Crew, die er da leitet. Genau, er ist ja so ein bisschen der Chef dieser Abteilung. Und die erzählen ja, dass irgendwie sie nur 30 Prozent der Drops überhaupt aus dem Wasser fischen konnten. Und dass sie jetzt eigentlich gar nicht sicher sind, ob man das den Leuten noch zumuten kann. Und Pinguin sagt dann, ja komm, ist doch den Junkies egal. Die kaufen das doch eh. Und was war das für ein Typ? Die schleppen hier irgendeinen rein, den sie scheinbar draußen gefunden haben, der wiederum blutet aus dem Bauch. Hast du verstanden, was das war? Ja, das, nee, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das, äh... Also vielleicht war das irgendwie auch ein Schnüffler oder von einer anderen Gag oder so. Und dann hat der vielleicht einfach auch einen Scheiß abgekriegt oder so. Das hätte vielleicht noch ein bisschen, als ob dann so eine Szene gefehlt hat vielleicht. Keine Ahnung, ob das rausgeschnitten worden ist oder nicht. Naja, Aussie bekommt da wiederum dann einen Anruf. Hier, Junge, jetzt wird's mal Zeit. Komm mal bitte bei der Familie vorbei. La Familia, er muss zu den Falcons nach Hause. Wobei ich mir auch nicht ganz im Klaren bin, wer das ist. Denn das ist irgendwie, es scheinbar sind es die Verwalter der Familie. Denn Falcons selbst ist ja tot, ne? Genau, der Head Honcho ist tot. Aber es gibt ja einfach noch Leute, die so das Daily Business verwaltet haben. Und ich glaube, das sind im Endeffekt die, die warten ja auch noch drauf. Es gibt ja einen offiziellen neuen Chef. Die wissen halt nicht, dass der bei Oswald hinten im Kofferraum liegt und da lustig vor sich hingammelt. Aber klar, natürlich ist so ein bisschen im Raum, ob die schon was spitzbekommen haben davon, dass er ihn abgeknallt hat. Und Oswald spielt aber, spielt das aber alles ganz cool. Die Leiche ist übrigens nicht. Die merken das schon nicht. Die Leiche ist übrigens nicht im Kofferraum von Oswald. Die ist da jetzt schon raus. Die ist jetzt schon in einem anderen Auto. Wir sehen das auch später, weil Corpipot sich ja später selbst in einer Szene in seinem eigenen Kofferraum versteckt. Also da hat er sich nicht zur Leiche gelegt. Die Leiche ist schon in dem Auto, das dann ganz am Ende der Folge nochmal eine Rolle spielt zu dem Zeitpunkt. Ach, das ist ja wie so ein Hütchenspieler hier. Ja, das ist schon. Man kann ja gar nicht aufpassen, wo die Leiche gerade ist. Hier ist sie, hier ist sie, jetzt ist sie weg. Da brauchst du schon einen echten Batman, um das alles rauszukriegen. Ja, auf jeden Fall muss er vorfahren und er ist, wie es halt so ist beim Besuch von der Familie. Da muss er auch darauf gefasst sein, dass er vielleicht das Haus nicht lebend verlässt. Will da mit seinem Sidekick drüber sprechen. Er benehmt ihm dann doch die Angst. Und das ist ganz cool, beim Aussteigen macht er sich schick, macht den Anzug zu, Knopf wird geschlossen und dann wird nochmal dieses künstliche Lächeln aufgesetzt. Das siehst du richtig, diesen Switch. Er guckt sich gerade im Spiegel an. Das ist schon cool gespielt. Also das ist halt einfach auch eine Rolle, die er hier spielt. Er muss da reinkommen. Er muss von Anfang an dicke Eier präsentieren, denn wer hier Schwäche zeigt, ist an der falschen Stelle. Das hat mir gefallen. Ja, dann setzt er sich hin und dann sagen ihm die beiden Jungs, den einen davon kenne ich aus House of Cards. Der hat auch ganz viel gespielt. Auch da, ne? Wer ist es genau? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber sein Charakter in House of Cards hieß Doug Stamper. Ja. Und die wollen ihm halt quasi das Geschäft entziehen beziehungsweise wollen die Produktion, die Drops-Produktion einstellen. Das ist scheinbar irgendwie nicht mehr rentabel oder gefährlich oder was? Auf jeden Fall wollen sie die woanders hin verlagern. Ja, genau. Sie wollen sie in irgendwie einen anderen Teil der Stadt, der weniger hart umkämpft ist oder wo die Cops gerade irgendwie nicht so besonders gut hinschauen. Ja, aber im Endeffekt wäre er ja dann raus aus dem Drops-Game und das kann der Pinguin natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und da ist er halt der Moment, wo er die Information hat vom Alberto, dass da scheinbar irgendeine neue Art von Drogen demnächst geliefert wird. Auch den Termin fürs Shipment haben wir schon gesehen, gibt's. Und auch da weiß Ossi Bescheid. Und das ist so ein bisschen das Ass im Ärmel, das er jetzt auspackt und den eigentlich klar machen will, warum er so unverzichtbar ist und dass er eben hier noch irgendwas am Start hat. Es geht ja letztlich ums Geld und deswegen hätte er hier so eine Lösung. Aber so richtig gehen die nicht auf ihn ein. Ganz im Gegenteil, im Ergebnis ist es alles völlig egal. Aber diesen Vorschlag mit den neuen Drogen und den neuesten heißen Scheiß und auch die Art und Weise, wie er es formuliert, die bekommt die Tochter vom Falcone mit. Sophia Falcone, gespielt von Christine Miliotti. Und die kannte ich unter anderem aus Palm Springs. Da hat die mitgespielte ganz tolle Komödie im Stile von täglich grüßt das Murmeltier. Ganz toll, kann ich unbedingt empfehlen. Sollte man angucken. Habe ich auch nicht sofort wiedererkannt, aber ist sie definitiv. Und die kriegt jetzt plötzlich mit, dass Aussi da was gesagt hat. Wie wirkt die denn auf dich? Ich konnte sie übrigens, ich habe auch gedacht, ich kenne sie irgendwoher, aber jetzt, wo du sagst Palm Springs formt sich langsam ein Bild. Ja, es ist geil, wie sich der Pinguin direkt mit dieser, mit dieser, naja, so Halblüge, dass das irgendwie sein großer, cooler Deal wäre, direkt in die Scheiße reinreitet. Wir merken auch direkt, okay, die ist, die findet das nicht so super, dass der hier auftaucht. Und sie wirkt auch direkt sehr skeptisch und riecht da wohl, dass er da irgendwie im Verschwinden ihres Bruders verbandelt ist. Ich habe, ich wusste über Sophia Falcone, ich wusste, dass sie in den Comics existiert und habe gedacht, ja, ja, stimmt, war da nicht was? Long Halloween. Habe dann später nochmal nachgeguckt und ja, da kommt die Figur, glaube ich, auch her. Wo wir, glaube ich, auch bei Tim Sale nochmal wären, den du vorhin angebrochen hast. Ganz genau, ja. der war ja der Artist von Long Halloween. Genau. Also wer sich für die Figur interessiert, sollte da mal nachgucken und das mal lesen. Ganz toller Batman Run. Ich habe es auch grob überflogen. Wir lernen die Figur Sophia Falcone ja auch kennen. Sie war eine ganze Zeit in Arkham als Insassin. Sie hatte scheinbar einiges zu verarbeiten und aus dem Trailer weiß ich bereits, dass wir da auch Rückblicke bekommen werden, wie sie sich da halt eingestellt hat in Arkham. Und ich habe jetzt Dark Victory und Long Halloween nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber was mir schon merkwürdig vorkam, war die Bezeichnung, die sie entweder in Arkham oder sonst wo bekommen hätte, nämlich Hangman haben sie die glaube ich genannt. Und sie sagt das auch und das stimmt auch tatsächlich. Sie ist in den Comics von Jeff Loeb und Tim Sale auch quasi ein Villain, wo man lange Zeit nicht weiß, wer hinter der Maske des Hangman steckt. Und das ist halt Spoiler, sie. Das könnte man, also unter Umständen ist das vielleicht so diese Vorgeschichte auch, könnte das sein hier zu Pinguin. Man weiß es nicht. Also es wäre denkbar, dass das nochmal in irgendeiner Form auftritt. Ja, also ich glaube es ist schon mal ausgeschlossen, dass wir sie in irgendeiner Art von Kostüm sehen, falls sie eins in diesem Comics anhatte. Aber das ist glaube ich hier nicht der Fall. Leider. Ja, stimmt schon. Das ist wirklich relativ bodenständig. Wir haben ja auch, ich meine das Batman Kostüm, okay die Maske, aber alles andere ist ja tendenziell, also das ist schon noch das Kostümigste von allen Kostümen, die wir sehen, aber auch das war ja eher praktisch orientiert tendenziell, aber ansonsten insbesondere zum Beispiel auch Catwoman, das war einfach ein enger Latex-Suit, warum auch immer man den so trägt und dann halt so eine Mütze. Molln-Mütze mit so ein paar Möhrchen. Aber eher so auch nur angedeutet. Also das war ja nochmal, nochmal mehr gegroundet als die schon sehr gegroundeten Kostüme aus dem Nolan-Batman-Film. Mhm. Ja, genau. Was ich halt auch ab irgendeinem Punkt denke so, gebt uns doch ein bisschen was. Gebt uns ruhig ein kleines bisschen Comic-Inspiration. Und ich frage mich, wird dieser Pinguin hier, der Colin Farrell Pinguin, wird der jemals einen lustigen Regenschirm haben, wo eine Klinge drin ist oder irgendwie Raketen schießende Pinguine. Ja. Das ist eine gute Frage. Also ein bisschen Absurdität, vielleicht so als Fiebertraum, als Drogenrausch oder so vielleicht mal. Ja, aber das wäre so eine halbe Entschuldigung irgendwie. Ja. Wir lernen jetzt aber erstmal unsere Protagonistin weiter kennen, unsere Sophia. Und scheinbar ist die ein bisschen irre, scheinbar ist die Gänser Latte mit der Hand und scheinbar steckt da natürlich auch mehr hinter, als man denkt. Sie ist eben auch die Tochter von Falcone und eben auch die Schwester von Alberto. Und das ist natürlich einfach eine mit allen Wassern gewaschene Mafiosa, sagt man einfach leicht, keine Ahnung. Die weiß natürlich, wie der Hase läuft. Also sie weiß einfach, wie der Hase läuft und auch wie man mit Leuten wie Koppelpot halt hier interagieren muss, wie man die in die Enge treibt, wie man da strategisch auch Dialoge führt und wie man auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellt, wie man sie auch an die Wand drückt und so. Das ist schon beeindruckend. Und also ich habe mir zum Beispiel, die gehen ja auch essen dann in dieser Szene, zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass sie jetzt plötzlich hier in irgendeiner Form Love Interest für Koppelpot sein könnte. Ich habe da keinerlei romantisches Interpretation reininterpreziert, was ja sein kann bei einem Candlelight Dinner. Klar. Ja, aber was ich auch da wirklich interessant finde, wir haben wirklich in dieser Folge einige Szenen, wo wir sehen, Oswald wird so ein bisschen in die Enge getrieben und er muss hier so ein, sich so rausbullshitten aus so einer Situation und da blitzt immer wieder auf, dass dieser Typ, der eigentlich so groß und ein bisschen hässlich und ein bisschen tump wirkt, so eine gewisse Intelligenz hat und was auch so ein bisschen Foreshadowing ist für die Figur, die er irgendwann mal wird, sicherlich, dieser Oberboss. Also der hat schon, der hat einen Instinkt, der hat eine gewisse Cleverness, der kann sich irgendwie rauswinden und er fängt ja auch direkt an zu sagen, so ja, ich habe jetzt gesagt, dass das irgendwie mein Plan gewesen wäre mit dieser, mit diesem Shipment, dieser neuen Droge, tut mir leid, das war natürlich ein, also Alberto hätte ihm das erzählt und er hätte ihm bloß nicht gesagt, dass Sophia auch involviert wäre, also er windet sich da ganz geschickt wieder raus aus dem Verdacht. Ja, der Ossi, das ist ein richtiger Schlawiner, der weiß, wie es geht und das ist natürlich auch geschickt, das ist das, was man glaube ich auch so mitnehmen soll, dass er, ich bin mir unsicher, ob der so diesen einen riesengroßen Oberplan hat und danach alles ausrichtet oder ob er einfach weiß, in den richtigen Momenten die richtigen Sachen zu sagen, da bin ich mir unsicher, ob er da einfach ein Talent hat für kurzfristige Dialogführung, sag ich mal, das kann ich noch nicht so richtig einschätzen und ich kann auch zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, wie alt die Figur eigentlich sein soll, die kann ja aufgrund der Behinderung und sag ich mal aufgrund des Lebensstils auch deutlich älter aussehen, als sie vielleicht ist, wüsste ich gar nicht. Ist der schon 50? Ich kann es nicht sagen. Ja, der ist 25 und richtig schlecht gealtet. Und hat einfach extrem zu viel Whisky getrunken. Also Colin Farrell ist 48. Ja, gut, okay. Ja, wir werden auch mal wieder so eine Anspielung auf den Film, denn die sitzen in der U-Bahn, in der Metro wahrscheinlich heißt das dort und da läuft so ein Typ rum mit der Maske vom Riddler und der möchte, dass man hier einen QR-Code einscannt. Das müssen wir nochmal machen. Das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen und selbst mal diesen Code einscannen und gucken, was da passiert. Ob man da auf irgendeine Internetseite kommt, das machen doch schlaue Produzentinnen und Produzenten so, oder? Das ist doch bestimmt irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Das könnte man machen. Ich frage mich, hat man den denn gut genug gesehen, dass man den wirklich scannen kann? Müsste man echt nochmal reingucken. Ja. Dachte aber auch, das ist ein schönes Detail, weil so insgesamt, klar, der Riddler wird am Anfang erwähnt. Dann sehen wir einmal diesen Riddler-Fanboy in der U-Bahn. Und ansonsten wird nicht wirklich extrem viel Bezug auf das ganze Batman-Thema genommen, ne? Also ich glaube, der Name Batman fällt kein einziges Mal. Mhm, das stimmt. Penguin spricht auch nicht drüber. Also ich kann gerade sagen, dass ich gerade versucht habe, diesen Code zu scannen und er ist drin, aber es ist, ähm... Und dein Handy wurde gehackt und du bist jetzt... Ich bin jetzt... Ich sehe den Riddler. Auf irgendeiner FBI-Fahndungsliste. Zack, bin ich jetzt Batman. Ja, es ist irgendwie schwierig. Also es ist mir nicht gelungen, dass sie richtig stoppen ähm... Und das irgendwie erkennbar zu machen. Aber das müsste er eigentlich... Es steht drunter Gotham's True Face. Ja, also es ist wahrscheinlich jemand, der rumläuft und allen erklären muss, wie der Hase richtig läuft, weil der hat die absolute Wahrheit gefunden. Das hatten diese Riddler-Menschen ja. Das waren ja so Verschwörungsleute, die ihren Teil der Wahrheit für sich gefunden haben und das auch kommunizieren. Ja, und dann geht's weiter. Also sie fahren nicht ohne Grund mit der Bahn. Ähm... Genwar hat Ossi überall in der Stadt Autos verteilt und hat da auch Schlüssel irgendwo deponiert und hat da eben einen wunderschönen blauen Volvo gefunden, mit denen er zu seiner Mama fährt. Und er fährt selbst. Auch interessant, warum er gerade jetzt hier einsteigt. Er fährt also nicht nur mit dem Maserati rum. Ähm... Lustige Musik lief. Genau, das war der Moment. Hier läuft... Ich weiß nicht mehr genau, welcher Song. Das war aber irgendwas total lustiges. Und unsere Zeitkicken... Working 9 to 5 von Dolly Parton. Ja, genau. Genau. Vorher jetzt ist es die Mucke, die er immer hört, wenn er zu seiner Mutter fährt, dann ist das schon irgendwie ein bisschen lustig. Ja, die Jungs gehen ins Haus der Mutter. Womit der nicht... Von dem... Ich dachte erst, es wäre irgendwie so eine Art Safe House oder eins der vielen Stützpunkte, die ja der Pinguin so hat. Aber nee, das ist einfach das Familienanwesen. Nettes kleines Häuschen in irgendeinem Suburb von Gotham City. Sehr beschaulich, sehr schön. Denn die Mama sieht auch relativ jung aus, wie ich finde. Ja, kriegt von ihm ein Dekoll... Nicht Dekolleté, ein Bracelet, also eine Kette halt geschenkt. Und ist alles ganz süß. Er hat natürlich in dem Haus überall auch Geld versteckt. Ich werde nicht überrascht, wenn da eine Waffe im Klo war. Das sehen wir gar nicht so genau. Und damit wird wieder aufgestackt. Er will sie eigentlich überreden, dass sie hier... Ich weiß gar nicht, ob sie mitkommen soll oder auch bei Leine fahren will. Er spricht von einem Urlaub. Ich glaube, er will sie mitnehmen und dachte jetzt, dass sie einfach sofort alle die Stadt verlassen. Ja, weil er Angst hat. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob der Angst hat. Wahrscheinlich hat er wirklich Angst. Und dieser Plan, dieser große Oberplan auch für den Finale, wie er aus einer bretzigen Situation rauskommt, der ist vermutlich dann erst jetzt im Anschluss gefallen. Weil sonst hätte er ja gar nicht Angst haben müssen. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass der Pinguin jemand ist, der wirklich so weit im Voraus plant. der reagiert einfach auf sich verändernde Situationen und versucht da irgendwie noch das Beste rauszuholen. Aber genau, in dem Moment will er ja noch die Stadt verlassen mit seiner Mama und versucht ihr das irgendwie als Urlaub zu verkaufen. Aber die alte Dame, die da am Anfang so ein bisschen hilfsbedürftig wirkt, als ob sie ihre Medikamente nicht allein nehmen kann und so und vielleicht gar nicht genau weiß, wie tief ihr Sohn da drin steckt, das stellt sich recht schnell raus, dass sie doch es auch faustdick hinter den Ohren hat. Also die weiß ganz genau, wer ihr Sohn ist und ja, ermutigt ihn auch noch. Also hält mir so fast eine Standpauke, dass er jetzt bloß nicht irgendwie eine Pussy sein soll. Da merkt man auch schon, okay, diese Mutter, das ist auf jeden Fall die Mutter des Jahres. Das ist offensichtlich eine richtig gute Mama, die ihre drei Söhne wahrscheinlich top erzogen hat. Ja, und von den drei Söhnen ist aber nur noch einer da. Wir wissen auch nicht, was mit den anderen passiert ist. Ja. Und sie redet ihm da ins Gewissen, dass er sich doch, ja, seiner Zukunft gewahr werden soll, dass er doch der Oberchef ist und dass er jetzt einfach sich zusammenreißen soll und die alle platt machen soll. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir da nochmal rauskriegen, was mit den Brüdern passiert ist, ob das vielleicht auch mit dieser Narbe zu tun hat und eben auch für die Motivation ist, jetzt allen beweisen und zeigen zu müssen, ob er vielleicht sie selbst umgebracht hat, das würde passen im Rahmen von einer Reaktion, weil sie ihm vielleicht zu bedrohlich wurden auf dem Weg zur Weltherrschaft über Gotham City. All das wäre, ich glaube, ich würde es gerne sehen wollen, aber andererseits weiß ich nicht, ob man da nicht zu viel entmystifizieren würde. Weil ich glaube, bei so einer Figur wie Oswald Koppelpot, da kann man gar nicht zu viel entmystifizieren. Das kann man eher so bei so einem Joker oder so, könnte man was kaputt machen, wenn man da zu viel erzählt. Ja. Genau. Was ich übrigens auch interessant finde, dass hier die Mutter so eine große Rolle spielt. In Gotham war das auch so, dass die Mama von ihm da so eine ganz, ganz campy Nummer, wo die Mutter auch immer vorkam und ja, sehr große Fixierung auf die Mutter vom Pinguin. Das ist ja. Und dann sind wir im Blackgate-Museum. Blackgate kennen wir auch, oder? Ja, klar. Das ist das Gefängnis in Gotham. Es gibt einmal die Nervenheilanstalt Arkham und dann gibt's Blackgate. Und die tauchen eigentlich auch so ziemlich in fast allen Adaptionen auf. Hier hätte ich mich schon gefreut, wenn wir irgendwo noch den Namen Waller hätten gelesen oder so. Das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden. Hat man nicht gemacht. Schade. Und da sucht er jemanden auf, der scheinbar auch Mafiosi ist, der eingesetzt und der ist scheinbar auch irgendwie halt einer von den krassen, scheinbar auch irgendein Familienführer, Salvatore Maroni. Also Maroni ist halt eine der anderen Mafia-Familien in Gotham City, gespielt von Clancy Brown. Und der ist scheinbar im Knast. Und der, sie versucht ihn jetzt irgendwie von sich zu überzeugen und zu einer Zusammenarbeit zu bringen. Aber funktioniert nicht so richtig, ne? Ja, wir wissen nämlich aus, ich glaube auch aus The Batman, dass Oswald dafür verantwortlich ist, dass Maroni im Knast sitzt. Er hat ihn irgendwie verpfiffen. Und seitdem ist Maroni im Knast. Übrigens Clancy Brown, auch natürlich ein alter Bekannter für alle DC-Fans, hat ja Lex Luthor in der Animator-Serie immer gesprochen. Großartige Stimme, großartiger Schauspieler, freue mich immer, wenn wir ihn sehen. Genau. Und ich glaube, jetzt bietet Cobblepot ihm an, dass er doch irgendwie bei ihm wieder einsteigen möchte und dass er jetzt die Falcons betrügen möchte und darauf hat Maroni überhaupt keinen Bock und sagt erst mal, ja, du kannst schön wieder abzischen. Aber Oswald hat ja noch ein kleines Geschenk für ihn. Er hat nämlich den Ring, den haben wir gar nicht erwähnt. Das ist nämlich der, ja, der Ring der Macht. Ja, sie alle zu knüpfen. eine Trophäe, die Falcone von Maroni damals genommen hat, als der in den Knast gewandert ist und dann so als Status-Symbol getragen hat und das hat jetzt der Sohn bekommen und dann, nachdem der Sohn tot war, hat Ossi den mitgenommen und er gibt ihm jetzt seinen ursprünglichen Besitzer zurück und er ist ganz schön verwirrt, warum er den jetzt wiederbekommt. Und auch da, das wird später noch Sinn machen. Ja, eben, genau, da macht das Sinn. Hat das Ossi zu dem Zeitpunkt schon auf dem Schirm gehabt? Also da vermutlich schon. Das wird schon vermutlich gewiss gewesen sein. Oder war das sowas kurzfristiges, einfach um hier mal eine Machtposition zu verdeutlichen? Wäre beides gleichzeitig möglich? Das ist einfach. Ich glaube, nachdem die Mutter ihm da so ins Gewissen geredet hat, hat er diesen Plan formuliert. Übrigens auch, ja, unser, unser, unser Clancy Brown auch zu sehen gewesen in Generation V, also Gen V, dem Spin-Off zu The Boys. Auch das haben wir hier besprochen, da hört auch mal rein. Lohnt sich. War ich tatsächlich sogar auch mal wieder bei der Besprechung in meinem eigenen Podcast dabei. Großartig. Ja, auch hier, also es ist halt alles so, es ist halt eine Serie. Es sind andere Budgets, als wir sie in so einem Film haben. Deswegen ist es halt auch wieder hier Innenraumaufnahmen. Ja klar, es ist ein Knast. Woran erkennen wir eigentlich, dass es ein Knast ist? Weil im Hintergrund mal ein Gitter zu sehen ist und die Leute so Knastanzüge tragen. Aber genau genommen hätte das auch einfach der Keller vom Supermarkt sein können. Das ist halt alles so, es ist, wenn man kritisch sein will, einfach, es ist weniger hochwertig. Das Teuerste, was wir hier sehen, ist der Maserati, den man die ganze Zeit rumfährt. Ich wäre nicht überrascht, wenn viele der Hintergründe, gerade von der Stadt, die sind ja vermutlich animiert. Insbesondere auch, wenn es darum geht, irgendwie Gotham Bank oder Gotham Jewelry zu schreiben oder so, das ist dann vermutlich alles nicht echt. Aber genau, Gotham Bank sehe ich hier gerade. Das ist halt alles ein bisschen günstiger, aber es ist in keinem Fall schlecht. Es reicht mir. Und es hat mich auch in keinem Zeitpunkt irgendwo rausgerissen aus einer Immersion. Also insofern, ja, das ist schon in Ordnung von den Sets her. Wir treffen auf wieder die Sophia. Warum auch immer. Also warum die jetzt da plötzlich vor einem Juwelier rumsteht, das habe ich nicht ganz verstanden. War dir das klar? Ist das nicht bei ihm an seiner Wohnung? Lauern die ihm dann nicht auf und deswegen muss er irgendwie schnell abhauen? War das nicht so? Das könnte sein, ja. Ich glaube, da ist eigentlich seine Bude und die warten da auf ihn, um ihn abzufangen. Er sieht das und ja, haut natürlich sofort ab. Und eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Ja, auch die hat nicht ganz das Level vom The Batman Film, aber ist schon auch in Ordnung. Ganz. Es regnet, es gibt keine Explosionen, aber immer einen kleinen Kampf im Auto und auch so wie er quasi versucht, den zu entfliehen, das fand ich schon ganz cool. Auch der Kampf dann mit dem Air Refresher, also der geilen Version, der elektrischen Version vom Duftbäumchen, das ist ganz nett. auch wie dann einer der Bösewichte quasi ausgeschaltet wird, das ist irgendwie, ja, alles ganz gut. Wir sehen einen Bus von der Gotham City School. Auch das, weiß ich nicht, eigentlich kannst du ja überall Gotham davor schreiben und dann kann man sagen, es wäre ein Easter Egg. Insofern ist es vielleicht auch nicht unbedingt erwähnt. Müssen wir mal gucken. Ja, das nicht wirklich. Ja. Ja, und dann haben sie ihn. Sie haben ihn erwischt, sie machen ihn nackt, sie binden ihn an den Stuhl um, schieben ihm eine große Pistole in den Mund und Sophia ist scheinbar ein bisschen irre. Und ich glaube, ich bin selber nicht so ganz im Klaren, was sie eigentlich am Ossi hat, denn sie hat auch noch so einen anderen Typen gefangen, der irgendwie auch was gesagt hat. Also ich verstehe nicht so ganz, weiß Sophia oder vermutet Sophia, wer ihren Bruder umgebracht hat? Also ich meine, sie hat ja von diesem einen Teenager, das ist ja einer von den Jungs, die da seine Radkappen stehlen wollten, hat sie ja jetzt rausbekommen, dass er sehr wohl an diesem besagten Abend in der Iceberg Lounge war, wo ja auch ihr Bruder war. Also sie weiß, Ossi hat gelogen und und ansonsten, also ich glaube, so indizienmäßig, wäre sie so auf jeden Fall bereit, ihn jetzt fertig zu machen und dass sie dann diesen Teenie da erschießt, soll glaube ich einfach nur mal zeigen, sie ist crazy. Ich habe es noch auch. Und offensichtlich, ja, wegen guter Führung aus Arkham entlassen. Aber hier auch dieser Fettsuit, den du vorhin schon angesprochen hattest, also wir sehen ihn nur kurz und nur so ein bisschen, aber reicht ja auch, ich muss jetzt nicht unbedingt das Komplettpaket vom nackten Ossi sehen, das geht auch so. Ja, und es ist halt einfach ein Fettsuit, behaart und passt, ist stimmig, sag ich mal. Es funktioniert, also ich finde, diese Figur funktioniert. Ich bin nicht die ganze Zeit am überlegen so, oh Gott, schwitzt er sich darin kaputt, sondern der funktioniert einfach als Charakter, finde ich. Ja, er wird noch ein bisschen gequält, das fand ich auch, das habe ich auch noch nicht gesehen, so in der Form, dass einem so ein Draht quasi irgendwo drum gebunden wird und dann soll der so reinschneiden, das habe ich als Folter-Methode noch nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob sie ihn da rasieren wollten, ist das nicht auch so eine Barbiertechnik, dass man mit so einer Schnur irgendwie die Augenbrauen... Das kenne ich, ja. Gestern war ich beim türkischen Friseur und der macht auch so mit Feuer und so, das finde ich, das wäre was, das könnte... Ja, das wäre die nächste Stufe gewesen. Ja, könnte uns hier auch ganz gut tun, da auch sie. Und plötzlich draußen Chaos, Action, irgendwas hupt, irgendwas fährt rein, ein Auto kommt, oh mein Gott, ein Anschlag, wir wissen nicht, was los ist und ein Auto fährt Vollgas gegen den Familienbrunnen der Familie Falcone und so viel lässt sich nicht nehmen, sich das mal genauer anzugucken. Auch hier ist wieder der Auftritt von, ich habe den Namen inzwischen gefunden, Michael Kelly, unserem Duck aus House of Cards, Duck Stamper und alle kommen raus, irgendwas ist auf dem Anwesen los, das Auto erkennen wir jetzt, wo ich zurückgespult habe und das weiß auch wieder, denn das ist das Auto, in dem die Leiche ihres Bruders untergebracht worden ist, der weiterhin hier im Kofferraum liegt. Das Auto wurde quasi einfach nur mit einem Betonstein beschwert, das Gaspedal und deswegen konnte es auch ohne fahrende Person da rein crashen und der große Reveal, zumindest für Sophia, ist, dass ihr Bruder halt tot hinten drin liegt und in dem Moment ist ihr quasi und das war scheinbar der Plan von Aussie, auch klar geworden, okay, er kann es nicht gewesen sein und hier wird noch das Wort Payback in den Kofferraum quasi reingeschrieben, reingekratzt in den Lack und auch irgendwie die Hand ist weg und so und damit soll natürlich eine falsche Fährte gelegt werden, von der wir dann halt letztlich glauben, dass hier wieder um diesen Maroney war, es glaube ich, Familie Maroney, genau, genau, dass die so letztlich diejenigen sein, gewesen sind, die ihren Bruder umgebracht haben, so scheint der Plan von Aussie gewesen zu sein. Ja, super, hat mich tatsächlich in dem Moment auch überrascht. Ja, war schlau, war schlau und ist auch ganz gut gespielt alles soweit, ich bin sehr gespannt, was die Christine Meliotti mit der Sophia Falcone noch anstellt und auch in was für fancy Kostüme wir sie sehen, also Kostüme wirklich im Sinne von was für die Klamotten so kriegt, finde ich immer faszinierend, wie man auch Frauen in so einer Mafia-Welt darstellt und oft waren es ja auch bei bei den Sopranos, was entweder die Mutter an der Kittelschürze oder halt eben, also wenn ich Tochter jetzt mal ausklammer, die waren gekleidet wie normale Teenagerin halt so gekleidet war, aber seine Frau, die waren im Regelfall immer eher schick, immer eher schicke Kostüme, Blazer und so, ich bin mal gespannt, was wir hier noch so zu sehen bekommen. Ja, bin ich auch und ich bin gespannt, ob wir wirklich noch ein bisschen mehr, also wir haben hier diesmal, hat er ja sogar ein lilafarbenes Jackett an, also unser Pinguin, passend zu seinem Pflaumenfarbenen Maserati, was hier so ein bisschen Flavor ist, der Pinguin trägt ja auch mal ganz gerne lila in den Comics oder zumindest so im Silver Age hat er das öfter mal getragen und ja, ich bin gespannt, ob auch so seine, sein Kostüm sich so ein bisschen verändert im Laufe der Serie, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier verfolgen, wie er immer weiter aufsteigt, wie er sich so ein bisschen hoch intrigiert und an irgendeinem Punkt die Macht ergreifen wird und ich hoffe, dass wir so ein bisschen, so ein paar Elemente des Comic-Pinguins dann da reinfließen lassen können. Das wäre ganz cool. Es wäre ja auch wirklich generell mal schön, da mal diesen Aufstieg zu sehen, dann soll er halt meinetwegen am Ende der große, am Ende der Staffel der große Chef halt sein, das wäre ja alles ganz nice und dann in einer potenziell denkbaren zweiten Staffel, wobei ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiß, ob die kommen wird, trifft er beispielsweise auf Black Mask, der als Antagonist oder so dann auftritt, das könnte ich mir schon durchaus vorstellen, weil das ja letztlich einfach auch so eine vergleichbare Figur ist und oder wir setzen halt hier an und erzählen dann davon ausgehend irgendwie auch in Batman 2, wann auch immer der kommt, aber der kommt, oder? Ist der schon angekündigt? Batman 2? Tatsächlich habe ich mich auch die letzten Wochen gefragt, ob der Film überhaupt noch kommt, weil der ist ja jetzt schon ewig angekündigt, immer wieder das Einzige, was man gehört hat die letzten Monate war, dass James Gunn gesagt hat, ja sie arbeiten noch am Drehbuch und der Film wird halt erst gegreenlighted, wenn das Drehbuch stimmt und alles gut ist und ich dachte schon so, oh, weil man muss ja wissen, The Batman und auch die Pinguin-Serie, das ist ja alles noch ein Überbleibsel aus einem vorherigen DC Universe Regime, also da gab es ja mal eine ganz andere kreative Lead auf dem ganzen DC Adaptionen Projekt und die wurden dann alle gekickt und jetzt ist es halt James Gunn, der sein neues DC Studios aufbaut und eigentlich Kahlschlag macht mit allen Figuren und allen Serien und die Tatsache, dass es jetzt halt noch einen zweiten Batman-Film geben soll, ist ja auch nur der Sache geschuldet, dass der erste The Batman sehr erfolgreich war. Also werden sie wahrscheinlich versuchen, noch da noch mal ein bisschen Kohle mitzunehmen und diesen Film zu machen. Der soll tatsächlich nächstes Jahr anfangen zu drehen. Das habe ich gerade vorhin gelesen. Also das war jetzt gerade die neueste Ankündigung, nächstes Jahr soll wohl gedreht werden. Okay. Das wäre dann schon mal ganz spannend. Ich meine, das ist ja letztlich genau wie auch beim Joker 2, der ja auch demnächst in die Kinos kommt. Auch da habe ich tatsächlich heute mit meiner Redakteurin Lida geschrieben, die fährt die Tage nach Venedig und da wird der gezeigt werden. Das ist schon toll. Die fährt aufs Filmfestival und wird dann bei uns dann wahrscheinlich auch was dazu machen. Das sind natürlich so Projekte, die laufen ja alle letztlich, ich nenne es mal in der Elseworld irgendwie mit und solange die Filme halt Geld abwerfen, wären alle schön blöd, da nicht noch Fortsetzungen zu produzieren. Ja, ja. Wobei James Gunn gerade auch dazu noch was zu Elseworld-Filmen gesagt hat, der Standard, den so ein Elseworld-Film, wenn er jetzt gemacht werden würde, erfüllen muss, wäre deutlich höher als bei den normalen Filmen, die sie planen. Gerade weil sie jetzt eigentlich diesen großen Fokus drauf haben, erst mal das neue DC-Filmuniversum aufzubauen, das ja wieder ein geteiltes Universum, so ein Shared Universe sein soll, beginnend mit Creature Commandos und Superman. Ja. Also ich glaube, in Zukunft werden wir wohl keine zweite Staffel von Penguin bekommen und auch die vor ein paar Jahren angekündigte Arkham Asylum-Serie, die ja auch in diesem Matt Reeves-Batman-Universum spielen sollte, ist ja auch gecancelt worden. Also das Ende dieses Matt Reeves-Batman ist glaube ich auch schon absehbar. Also von der Arkham-Serie hatte ich nichts gehört, aber von der Gotham-Police-Serie hatte ich was gehört. Also GCPD, dass da noch was kommen soll, da stand auch im Raum, dass da was kommt. Ja, ja, genau. Das war, erst hieß es, es gibt eine Gotham-Police-Serie, es gibt den Penguin, es gibt eine Arkham-Serie und dann hieß es irgendwann, ah ja, die Arkham-Serie und die Gotham-Police-Sache ist jetzt eins. Dann hieß es noch irgendwie, es gibt noch eine Green Lantern-Sache, also nochmal eine andere DC-Sache, die angekündigt wurde. Da ist wirklich so viel Chaos gewesen die letzten Jahre und jetzt da James Gunn im Endeffekt die Kontrolle hat, ist eigentlich klar, der will erstmal seine eigenen Sachen aufbauen. Der hat natürlich nicht so viel Interesse daran, die angedachten Projekte der Vorgänger durchzuführen und dementsprechend, der Penguin hat jetzt noch Glück gehabt, der war ja einfach schon fast fertig. Also sie hatten, glaube ich, die Dreharbeiten unterbrechen müssen wegen dem Writer's Strike letzten Jahres und haben es dann halt dieses Jahr fertig gedreht und jetzt ist die Serie halt fertig. Womit ich jetzt schon noch rechne, dass wir so eine Green Lantern-Serie sehen werden. Ich glaube, die ist zuletzt auch wieder, hat wieder ihr Go bekommen von Gunn. Genau, eine ganz neue Version ist jetzt angekündigt worden. Aber das war wirklich im Laufe der letzten Jahre verschiedene Versionen von, wir sehen einmal alle Green Lanterns, die es so gab in der eigenen Serie bis hin zu, wir sehen jetzt zum Green Lantern Corps. Ich glaube, aktuell ist man wieder bei Hal Jordan, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, die aktuelle Planung. Mal gucken, was dann tatsächlich kommt. Die aktuelle Version der Serie heißt einfach nur Lanterns und ich glaube, es ist Hal Gordon und Jon Stewart, die auf der Erde irgendein Mystery lösen. und es wird so auch ein bisschen als Mischung aus Superhelden-Serie und True Detective beschrieben. Ich bin sehr gespannt. Also, keine Ahnung, in welche Richtung sie damit gehen, aber es klingt spannend. Ach, auch wenn es scheiße ist, angucken werde ich es mir sowieso. So ist er nicht. Ach ja, und dann muss man natürlich eigentlich noch erwähnen und das mache ich immer ganz gern, weil die leider, finde ich, ein bisschen untergegangen ist und ich glaube, die zählt auch schon zum neuen Universum dazu, dass diese Peacemaker-Serie, die finde ich, kann man immer mal noch erwähnen, das war relativ lustig, was ich da gesehen habe und nicht nur das Intro, auch eine lustige, fluffige, kurzweilige Story mit jeder Menge Action und auch verhältnismäßig ja eben einfach lustigen Dingen da drin. Auch die kann ich empfehlen, liebe Leute. Ich glaube, in Deutschland kriegt man die bei RTL Plus. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist. Wow. Und dann kann man das da gucken. Ja, Peacemaker, große Empfehlung und davon kommt auf jeden Fall auch jetzt die zweite Staffel. Da haben sie gerade mit den Dreharbeiten angefangen. Das war so ein bisschen James Gunn ist fertig mit Superman. Er springt sofort rüber zu Peacemaker und macht da jetzt weiter. Womit wir ja auch fertig sind, ist die Besprechung der ersten Folge. Wir haben hier noch ein ganz nettes Auto. Das ist ganz nett animiert, jetzt aber auch nichts weiter Besonderes. Wir sehen ein paar Figuren, ein bisschen Bewegung, tolle Musik übrigens auch. Das gefällt mir. Auch mit so einem, ihr kennt das doch bestimmt, liebe Leute, wenn ihr in so eine leere Flasche von oben reinpustet. Das finde ich toll. Das ist alles drin, es macht Spaß und dann ist sie auch zu Ende, die erste Folge. Die hat mich jetzt schon auch, die hat es mir angetan, die war nett. Ich weiß gar nicht so genau, wir kriegen ja jetzt wöchentlich immer eine Folge auf, die zu sehen. Ob diese erste Folge geeignet ist, genug anzufixen? Was meinst denn du? Ist das was, wenn du das gesehen hast und meinetwegen noch den Film, wo du dann echt wissen willst, wie es weitergeht? Ja, das nicht. Also es fehlt mir so, also ich fand sie, ich fand sie gut, hatte Spaß beim Gucken. Es gab Elemente, die mich überrascht haben, die ich auch wirklich interessant fand und besser als erwartet an manchen Stellen vielleicht sogar. Aber ich muss sagen, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein krasser Cliffhanger, der mich sofort sofort in die nächste Folge zieht. Also da hätte eigentlich wirklich nochmal irgendwas, irgendeine Sache angeschnitten werden müssen, wo man denkt, oh Gott, wie kommt er denn jetzt damit zurecht? Oder so, weil eigentlich wirkt erstmal alles ganz harmonisch am Ende von dieser Folge, oder? Ja, absolut. Und das wäre doch handwerklich gesehen auch gar nicht schwierig gewesen. Du hättest einfach einen Cut gemacht in dem Moment, wo Sophia in den Kofferraum guckt, aber du halt dem Publikum noch nicht zeigst, was im Kofferraum liegt. Das wäre doch der Moment, da hätte man doch so einen Cliffhanger machen können. Das wäre doch gar nicht schwierig gewesen. Ja, also stattdessen haben sie halt diesen Nachklapper mit seinem Sidekick, aber ja, ich bin gespannt, wie sie die restlichen Folgen füllen wollen. Ich hoffe, ich hoffe, sie haben noch ein paar starke Storys in petto für den Pinguin. Und ich hoffe ja, das ist ja so ein bisschen die Sache, ich hoffe ja auch immer darauf, dass so ein paar andere Batman-Villains mal auftauchen können. Aber dadurch, dass diese Serie ja gemacht wurde, bevor sie, glaube ich, das Drehbuch für den nächsten Batman-Film überhaupt angefangen haben oder finalisiert haben, haben die sich sicherlich nichts verbauen wollen. Also ich frage, ich glaube, so einige Figuren werden halt off-limits sein für die Serienmacher. Und von daher ja, ist wirklich so. Dann kriegt man irgendwie so ein Firefly oder sowas. Ja, so eine dritte, vierte Reihe dann, genau, das könnte schon sein. Glaubst du, wir werden den Batman mal sehen? Denkst du, wir sehen einen Gastauftritt von Pattinson? Also es wäre schon hart verschenkt, wenn sie ihn nicht zumindest in der letzten Folge einmal von hinten zeigen. Ja, genau. Also ich will eigentlich, dass der Pinguin mindestens einmal darüber spricht. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, der hat ihn ja gejagt mit seinem Auto, hat seine Karre geflippt, hat ihn dann irgendwie da verhört zusammen mit Jim Gordon. Also das muss man ja doch mal erwähnen, dass das passiert ist. Dass da so ein Typ auch noch in Gotham rumrennt. Hoffe schon stark, dass der mal erwähnt wird. Ja. Vielleicht mal vorkommt. Also Bezüge zum Film dann wirklich am ehesten noch. Ich meine, Riddler hat ja hier auch, also es gibt ja diesen Typ, der eben durch diese U-Bahn läuft mit dem QR-Code. Der hat ja auch diese Riddler-Maske auf. Das ist ja schon auch okay. Aber ich glaube, viel mehr wird es nicht geben, wenn überhaupt, nur Bezüge zum Film und gerade so, sag ich, klassische Easter Eggs, da wäre ich auch überrascht, wenn die großartig kämen. Ja, vielleicht ist es ja auch so ein Ding. Warum haben wir Waller in dem Gefängnis nicht gesehen? Naja, vielleicht, weil die eben nicht wussten, ob sie die für den zweiten Batman brauchen könnten. Was ja auch nicht unwahrscheinlich ist. Ja, deswegen möchte ich hier noch zur Vollständigkeit nochmal zum Veröffentlichungsdaten der Serie kommen. Es gibt also das Premiere am Wochenende. Am 20. September werdet ihr die erste Ausgabe komplett sehen können. auf den verschiedenen Sky Channels, die es gibt und natürlich auch Wow und wie es nicht alles heißt. Und dann gibt es ab dem 30. September die zweite Episode und dann kommt halt, ist aber der Montag und dann kommt das immer wöchentlich, wird das dann immer ausgestrahlt. Die werden wohl scheinbar um 20.15 Uhr immer abends ausgestrahlt. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit denen ja am Fernseher nicht mehr so aus. Ich weiß nicht genau, ob das noch der Fall ist oder ob man die dann auch schon wenn man Wow hat auch schon morgens um 9 gucken kann, liebes Publikum. Das müsst ihr selber rauskriegen. Wir werden die Recaps immer so veröffentlichen, dass die parallel zum Release rauskommen. Das heißt also, wenn schon ab 9 Uhr die Folge abrufbar ist, könnt ihr euch auch wahrscheinlich ab 9 Uhr immer auch schon die Recaps runterladen und theoretisch vorher hören, aber wer sollte das tun? Also guckt doch am besten erst die Folge und dann das Recap und dann im Anschluss sagt ihr uns, wie ihr das findet, was wir gesagt haben oder ob ihr vielleicht andere Ideen, Spekulationen, Theorien und einfach Möglichkeiten seht, wie es weitergehen kann hier bei The Penguin. Ja. Also ich bleib dran. Allein schon deshalb, weil wir die Recaps machen, bleib ich dran. Absolut. Das tun wir ja. Es werden, weiß ich gar nicht, also wir haben jetzt die 5 Folgen gekriegt. Es werden, wären es 8? Wären es 6? Weißt du das? 8. 8 Folgen wären das. Genau. Ja, ich hab Bock und ich freu mich auch drauf, dass, ich weiß gar nicht, ob das beim nächsten Mal schon der Fall sein wird, aber spätestens beim übernächsten Mal, denn auch der Maurice mit am Start ist und uns hier sicherlich auch noch mit seiner Expertise ergänzend was sagen kann. Vor allem bin ich auch mal gespannt, ich gehe davon aus, dass er sich die Recaps anhört, was er noch vielleicht an Korrekturen zu bringen hat oder an Ergänzungen. Ja, wird mega. Ja, ich glaube die nächste Folge beginnt erstmal damit, dass Maurice einfach uns eine halbe Stunde erzählt, was wir alles falsch erzählt haben in dieser Folge und wo wir komplett falsch liegen mit unserer Meinung und das ist nämlich das Spannende. Maurice hat nochmal, hat nochmal, glaube ich, eine sehr eigene Blickweise auf Batman. Er hat ja seine eigenen Vorlieben. Vor allem ist er auch total drin, was die aktuellen Comics angeht. Das bin ich ja zum Beispiel auch nicht. Ich bin ja so mit meinem Comicwissen in den 90ern hängen geblieben und habe noch ein bisschen New 52 mitbekommen, aber ja, freue mich sehr auf seine Perspektive. Das tun wir auch und eben auch auf eure Perspektive, liebes Publikum. Kommt gern vorbei auf unserem Community Hub auf Discord. Das ist ein Discord-Channel, ein großer Server quasi mit mehreren Chats und da kann man sehr ausgiebig und detailverliebt über alles sprechen, was wir hier beim Tele-Stammtisch zu Filmen, Serien und Comics so im Repertoire haben und ich kann euch sagen, insbesondere so Franchises wie jetzt zuletzt House of the Dragon, Rings of Power, Star Wars, Star Trek, da geht's heiß her bei uns und ich bin mir auch sicher, dass wir zum Pinguin einiges zu erzählen haben werden und ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich habe mich sehr gefreut über den Austausch heute mit dir, lieber Heiko und ich freue mich auch schon mega auf die nächste Besprechung nächste Woche. Ja, ich mich auch und wenn ihr übrigens noch Sachen von mir finden wollt im Internet, geht auf heikohörnig.de mit O-E nicht mit Ö und ihr findet mich auch auf Instagram at heikohörnig auch mit O-E und heiko mit A. Diese Links Heiko, alles in den Shownotes, da sind die Links drin, ihr könnt es gar nicht übersehen. Mega. Alles klar. Vielen Dank, Andi. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.